Glück. Was ist das eigentlich? Gibt es Glück überhaupt? Glück ist so ein eigenartiger und irgendwie auch sehr vager Begriff. Wir alle streben nach Glück. Dabei haben die meisten von uns aber gar keine genaue Vorstellung davon, was das eigentlich sein soll. Und selbst wenn unsere Träume Wirklichkeit werden, können wir uns trotzdem immer noch nicht glücklich nennen. An anderen, ganz gewöhnlichen Tagen wiederum fühlen wir uns vollkommen zufrieden und glücklich und haben scheinbar alles, was wir uns nur wünschen können. Wie geht das nur vor sich? Was verschafft Menschen ein Gefühl des Glücks? Schauen wir uns doch das einmal genauer an. Ist das Glück für jeden anders? Das Glück und wie es in der Forschung definiert wird. Das Glück ist in gewisser Weise Ziel der ganzen Menschheit im Großen sowie jedes einzelnen Menschen im Kleinen. Oder haben Sie etwa jemals einen einzigen Angehörigen der Gattung Homo sapiens gesehen, der allen Ernstes sagt, er träume davon, unglücklich zu sein? Wohl kaum. Und doch beachten wir beim Streben nach Glück immer nur deren einzelne Bestandteile. Der Duden führt unter Glück folgendes auf. Wir werden uns hierbei auf die dritte aufgeführte Bedeutung konzentrieren, weil es diese ist, die uns in unserem Buch interessiert. Angenehme und freudige Gemütsverfassung, in der man sich befindet, wenn man in den Besitz oder Genuss von etwas kommt, was man sich gewünscht hat. Zustand der inneren Befriedigung und Hochstimmung Das Handwörterbuch der Philosophie führt hierzu folgendes aus. An der Frage, worin denn das Glück desjenigen, der glücklich ist, besteht, worüber er oder sie erfreut und zufrieden ist, scheiden sich die Geister. So kann der Besitz oder Erwerb sogenannter äußerer Güter wie Macht, Reichtum und Ehre genauso mit der Glücksempfindung verbunden sein wie derjenige der inneren Güter, zum Beispiel Erkenntnis oder Gemütsruhe. Wieder andere setzen das Glück mit dem Genuss gleich. Aus diesen Definitionen können wir bereits zwei Schlüsse ziehen. Das Glück ist tatsächlich für jeden bzw. jede etwas anderes. Das Glück hängt mit einer objektiven Realität zusammen. Wenn Sie Erfolg haben, empfinden Sie davon ein Gefühl der Zufriedenheit. Und wenn Sie nach einem bestimmten Ziel streben und es erreichen, werden Sie dadurch glücklich. Psychologen bestätigen ebenfalls, dass das Glück für jeden Menschen anders aussieht. Für die einen besteht es in materiellem Wohlstand, für andere wiederum in Kindern und Familie, einem Traumjob, Freunden oder dem Vergnügen. Das Glück beinhaltet ein Leben, das mit Sinn erfüllt ist. Dabei muss das Leben auch für Sie persönlich Sinn ergeben. Überlegen Sie einmal selbst. Wann haben Sie sich persönlich jemals wirklich als glücklich empfunden? Letztlich haben viele von uns Freude daran, unseren Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen. Oder aber wir haben Sie daran, wenn wir uns auf ein gesetztes Ziel hinbewegen. Wenn Sie Ihr Glück im Geld finden, können Sie es sogar dann empfinden, wenn Sie einer sehr langweiligen Arbeit nachgehen. Schließlich winkt Ihnen später das gewünschte Ziel. Wenn es nach dem Psychologen geht, ist also jeder sonnes Glückes Schmied. Die Philosophen der Antike hatten ebenfalls ihre eigenen Rezepte fürs Glück. Glück bedeutet, verstanden zu werden. Ein großes Glück ist es, geliebt zu werden. Echtes Glück aber bedeutet, selbst zu lieben. Konfuzius Man wird dem wohl kaum widersprechen können. Emotionen bringen tatsächlich Glück und Zufriedenheit im Leben. Aber tun sie das allein? Oder bringt uns die äußere Welt allein dazu, glücklich zu sein? Wenn es nach den antiken Philosophen geht, tut sie das jedenfalls nicht. Pythagoras empfahl, das Glück vor allem in sich selbst zu suchen. Seiner Meinung schloss sich auch Cicero an, wobei er noch betonte, dass glücklich sei, der sich selbst genüge. Leonardo da Vinci ging davon aus, dass das Glück in der Arbeit zu finden sei. Ihm schloss sich Helvetius an. Letztlich bleibt das Glück auch unter den Gelehrten etwas Unfassbares. Alle definieren es jeweils etwas anders. In einem aber sind sie sich alle einig. Um glücklich zu sein, muss man dieses Glück suchen, sei es in der Liebe, im Leben oder der Arbeit. Tun sie, was sie gerne tun. Gehen sie die Ziele an, die sie sich gesetzt haben, und sie werden einen Zustand des Glücks erreichen. So komisch das aber klingt, doch das Glück liegt in uns selbst. Wenn wir es nicht sehen, werden wir es auch niemals empfinden können. Die Definition G.K. Chestertons ist hierbei sehr aufschlussreich. Das Glück ist ein Mysterium, wie die Religion. Es darf niemals rationaler Natur sein. Interessant sind auch die Definitionen von Glück einiger Berühmtheiten des 20. Jahrhunderts zu lesen. Erich Maria Remarque beispielsweise sagte einmal, das Glück ist das Ungenauste und doch Kostbarste auf Erden. Coco Chanel wiederum widersprach, echtes Glück ist nicht teuer. Wenn man dafür einen überhöhten Preis zahlen muss, ist es garantiert eine Fälschung. Glück ist also tatsächlich für jeden etwas anderes. Und wir werden uns nicht anmaßen, irgendeine Definition zur einzig Wahn zu erklären und die anderen zu verwerfen. Wir müssen uns alle jeweils selbst die Frage beantworten, was das Glück genau für uns ist. Talent oder Fähigkeit? Inwiefern man sich zum Glück erziehen kann? Ist Glück ein Talent oder eine erworbene Fähigkeit? Hier scheiden sich die Geister. Geht es nach den Forschungen der Psychologie, so sind Menschen jeweils mit einem anderen Temperament begabt. Das ist größtenteils angeboren. Entsprechend unterschiedlich fällt auch die Fähigkeit der jeweiligen Menschen aus, Glück zu empfinden und das Leben zu genießen. Andererseits ist jeder im Leben irgendwann einmal glücklich. Manchmal kommt das Glück aber nicht sofort und auf einen Schlag. Genauer gesagt geht es auch gar nicht um das Gefühl des Glücks, sondern eher um die Fähigkeit, es aufzuspüren und sich auch an den kleinen Momenten der Zufriedenheit im Leben zu erfreuen. Kann man es am Ende also doch lernen, glücklich zu sein? Tatsächlich können wir das. Und dafür gibt es auch Beweise. Gehen Sie nur einmal in ein Buchladen und stöbern Sie in der Abteilung Esoterik und Populärpsychologie. Dort werden Sie höchstwahrscheinlich Bücher mit Titeln wie »Glücklich werden leicht gemacht« oder »Das Einmaleins des Glücks« und dergleichen finden. Es werden auch alle möglichen Workshops zu diesem Thema abgehalten. Das heißt also, dass man das Glück tatsächlich erlernen kann. Wir können also schlussfolgern, dass das Glück eben nicht nur eine angeborene, in der menschlichen Natur liegende Eigenschaft ist. Das Glück kann man auch praktisch erlernen. Man kann sich dazu erziehen. Und wie Sie das anstellen, werden wir Ihnen jetzt verraten. Es ist eigentlich gar nicht so schwer, glücklich zu werden. Natürlich werden Sie schon ein wenig an sich arbeiten müssen und innere Arbeit, geistiges Wachstum sind keine leichten Aufgaben. Dabei werden Sie aber die Möglichkeit und Fähigkeit erwerben, glücklich zu sein und Freude am Leben zu haben. Und sagen Sie selbst, das ist doch wohl ein lohnenswertes Ziel. Denn wie oft bemerken wir gar nicht, wie sehr unser Leben von Freude und Glück erfüllt ist und es kommt uns doch traurig und wolkenbehangen vor. Paradoxe des Glücks Obwohl wir alles erreicht haben, fühlen wir uns nicht glücklich. Warum ist das so? Dem Glücklichen schlägt keine Stunde. Das wusste schon Friedrich Schiller. Nicht selten erreichen wir ein Ziel, empfinden dann ein unheimliches Hochgefühl und danach fühlen wir uns müde und leer. Jedem von uns ist so etwas oder Ähnliches schon passiert. Und das nicht nur einmal. Stellen Sie sich einmal folgende Situation vor. Sie haben im Lotto jede Menge Geld gewonnen. Wenn man Sie genau in diesem Moment fragen würde, ob Sie glücklich seien, würden Sie natürlich mit einem lauten Ja antworten. Dann aber vergeht die Zeit, das Geld wird für alle möglichen Dinge ausgegeben und schon werden Sie auf dieselbe Frage wohl kaum noch eine ähnliche Antwort geben können. Das Glück ist auf den ersten Blick ein rätselhafter Zustand. Wir denken, dass wir es erreichen, indem wir unsere Wünsche erfüllen und Ziele erreichen. Wir streben immer weiter, immer in der Hoffnung, irgendwie Glück empfinden zu können. Am Ende aber können wir es doch nicht genießen. Was soll man da nur tun? Wie kann man nur diesen geheimnisvollen und unfassbaren Zustand des Glücks erreichen? Versuchen wir einmal diese Frage mit einem völlig anderen Beispiel anzugehen. Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie tragen einen Sportanzug und Sportschuhe und sind gerade auf der Laufstrecke. Die Zielgerade steht unmittelbar bevor. Sie haben nun zwei Möglichkeiten. Sie können zum Ziel rasen, allein die Zielgerade vor Augen, ohne irgendetwas um sich herum zu bemerken. Das Ziel ist es schließlich, als erster im Ziel zu sein und zu siegen. Sie können laufen und dabei den Vorgang des Laufens selbst genießen, die Arbeit Ihrer Muskeln, die frische Luft um Sie herum und jeden Schritt genießen. Um Glück zu empfinden und zu spüren, sollten Sie also nicht immer mit Volldampf dem Ziel hinterherjagen. Manchmal kann es wesentlich lohnenswerter sein, sich im Vorgang selbst an den einzelnen Schritten hin zum Ziel zu erfreuen. Lernen Sie, an den Schritten Freude zu haben, die zum Ziel führen. Und Sie werden sofort wesentlich glücklicher werden. In diesem Zusammenhang sind auch einige esoterische Lehren sehr interessant. Diese gehen davon aus, dass es eigentlich nur das Hier und Jetzt wirklich gäbe. Das Gestern war bereits und wird nicht wiederkehren. Und auch die Erinnerungen an das große, prächtige Gestern werden mehr und mehr verblassen. Das Morgen wiederum ist noch gar nicht angebrochen und wir haben keine Ahnung, was uns der kommende Tag bringen wird. Nur das Heute gibt es wirklich. Zwischen der Vergangenheit und der Zukunft ist nur ein einziger Augenblick. Anders ist es nicht und kann es auch gar nicht sein. Nehmen wir einfach mal Folgendes an. Sie haben sich entschlossen, dass zu Ihrem Glück ein Eigenheim fehlt. Sie haben auch einen genauen Plan entwickelt. In einem Jahr haben Sie den Anzahlungsbetrag angespart, dann nehmen Sie eine Hypothek auf und schon können Sie die ersehnte Bleibe beziehen. In 15 Jahren haben Sie dann auch alles abbezahlt und das Haus wird zu Ihrem Eigentum. Und so fangen Sie an zu arbeiten, zu sparen und sich alle kleinen Freuden des Lebens vorzuenthalten. Das ist natürlich gut und schön, sofern Ihnen dieser Vorgang Freude bereitet. Aber was, wenn nicht? Sie werden sich natürlich freuen wie ein Schneekönig, wenn Sie endlich eine Immobilie ihr Eigen nennen können. Aber lange wird das auch nicht anhalten. Schließlich kann es immer sein, dass es plötzlich zu einer Inflation kommt, dass die Immobilienpreise steigen oder dass Ihnen der Opa aus Amerika aus heiterem Himmel das heiß ersehnte Häuschen einfach so schenkt. Denken Sie also daran, dass der Weg das Ziel ist und dass Sie sich an jedem Schritt hin zum Ziel erfreuen und niemals Möglichkeiten auslassen sollten, im Hier und Jetzt glücklich zu sein. Kapitel 2 Jeder nach seiner Fasson Religiöse Definitionen von Glück Was glauben Sie, können Religionen dabei helfen, glücklich zu werden? Irgendeinen Grund muss es ja geben, dass es davon so viele gibt. Und tatsächlich suchen viele Menschen in der Religion und im Glauben ihr Glück. Unserer Meinung nach besteht der Hauptgrund dafür darin, dass jeder Mensch einen gewissen Halt braucht. Wir brauchen eine moralische Unterstützung, einen Fels in der Brandung inmitten einer unbeständigen Welt. Es ist schon lange bekannt, dass der Mensch zum Glauben neigt. Das oberste Ziel unseres Lebens lautet schließlich, uns glücklicher zu machen. Und sehen Sie sich die Geschichte an. Die Götzenbilder der Antike wurden angerufen, ihnen wurden Opfer und Bitten dargebracht. Im Christentum dürstete es die Massen nach dem ewigen Seelenheil. Und auch der Sozialismus verfolgte das Heere-Ziel, das Himmelreich auf Erden zu errichten. Die Mittel waren dabei praktisch dieselben wie in der Religion. Geht voran und arbeitet, hin zum großen Endziel. Der Mensch ist nichts ohne Glaube. Jeder von uns braucht irgendeinen Halt, eine Stütze von außen. Leider haben die meisten von uns noch nicht gelernt, diesen Halt, diese Stütze in uns selbst zu suchen. Hier kommt uns die Religion zur Hilfe. Was glauben Sie wohl, weshalb über die letzten Jahre und Jahrzehnte mehr und mehr esoterische, mystizitische Lehren aufgekommen sind, alle möglichen Sekten oder alternativen Kirchen? Ganz einfach, weil dafür eine Nachfrage besteht. Die Mystik war zu allen Zeiten ein Mittel, um sich vom ständig wandelnden Leben abzulenken. Ein Versuch, Halt in Wundern und in Erscheinungen zu finden, die sich der objektiven Realität entziehen. Wie kann uns der Glaube nun helfen, glücklich zu sein? Was ist an der Sache dran? Sind wir das, woran wir glauben? Macht Glaube glücklich? Wie definiert die Religion Glück? Wir Menschen sind Wesen, die manchmal einer gewissen Hilfe von oben bedürfen. Wahrscheinlich hat sich jeder und jede von uns schon einmal in kritischen Momenten an höhere Mächte gewandt. Selbst wenn sie sich für einen Atheisten oder Agnostiker halten oder vielleicht überhaupt keinen Gedanken an Religion verschwenden, werden sie in schwierigen Situationen doch die Götter in der einen oder anderen Form anrufen. Und selbst die Tatsache, dass viele von uns in unerwarteten Situationen Dinge wie »Ach du Gott« oder »Ach du lieber Himmel« ausrufen, zeugt davon, welchen Stellenwert Religion im menschlichen Leben einnimmt. Der Glaube an höhere Mächte verleiht uns eine gewisse Ruhe und hilft uns, mit der scheinbaren Ungerechtigkeit der objektiven Realität fertig zu werden. Er hilft uns, schwierige Zeiten zu überstehen. Das wird wohl kaum jemand bestreiten können. Aber macht er auch wirklich glücklich? Eine eindeutige Antwort kann man auf diese Frage nicht geben. Die Angehörigen der jeweiligen Glaubensgemeinschaften können sich jedenfalls ihr Leben ohne ein Glauben nicht vorstellen. Und für Kirchendiener besteht der Sinn des Lebens und ihr Glück ohnehin darin, höheren Mächten zu dienen. Was bedeutet aber Glück in der Religion? Das Christentum ist eine der größten Religionsgemeinschaften der Welt. Im Christentum wird Glück vor allen Dingen als Frieden mit den gegebenen Umständen verstanden. Wenn sie sich mit der Welt abfinden und gemäß den göttlichen Gesetzen leben, werden sie ins Himmelreich kommen, der göttlichen Gnade teilhaftig werden und auch die Glücksseligkeit erlangen. Das alles geschieht aber später. Fürs Erste aber gilt, sich in Geduld und Leidensfähigkeit zu üben. Im Islam wird Glück unter fast dem selben Blickwinkel betrachtet. Im Diesseits brauchen sie erst gar kein Glück anzustreben. Leben sie aber gemäß dem göttlichen Willen, so werden sie im Jenseits ein großes, unermessliches Glück erfahren. Der Buddhismus zieht das Glück wiederum auch in Diesseits in Betracht. In den Lehren Buddhas werden unter anderem auch die Faktoren für ein glückliches Leben genannt. Harte Arbeit, gute Freunde, Vorsicht und Mäßigung. Im nächsten Leben werden sie dann glücklich sein, wenn sie ihren Glauben durch drei Tugenden unter Beweise gestellt haben. Anstand, Barmherzigkeit und Weisheit. Im Großen und Ganzen sind sich alle Religionen in einem einig. Lebe nach dem göttlichen Willen und du wirst glücklich sein. Über die Frage nach der Richtigkeit einer solchen Herangehensweise lässt sich dabei natürlich vortrefflich streiten. Eines kann man mit Sicherheit sagen. Ein Mensch, der an etwas glaubt, ist in diesem Leben standhafter. Es fällt ihm leichter zu leben und mit Schwierigkeiten fertig zu werden. Schließlich hat er ja Unterstützung von oben. Und irgendwie ist er wohl ohne Frage auch glücklicher als seine ungläubigen Zeitgenossen. Andererseits glauben auch diejenigen insgeheim an etwas, die sich als vollkommen ungläubig bezeichnen. So ist unsere Psyche nun einmal geschaffen. Wir können nicht einfach so dahin leben. Wir brauchen nicht nur materielle Ziele, sondern auch geistige Werte. Und für das Geistige waren zu allen Zeiten die Religionen zuständig. Glaube und Lebenszufriedenheit Ganz nebenbei gesagt ist der Glaube auch unsere Stärke. Angehörige einer Glaubensgemeinschaft sind immer glücklicher als jene, die sich als Atheisten oder Agnostiker bezeichnen. Dabei findet man ein umso tieferes Glück in den eigenen religiösen Empfindungen, je stärker der Glaube ist. Das lässt sich sehr einfach erklären. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Und wenn uns neben dem Zusammenleben auch ein Glaube eint, haben wir automatisch Menschen, mit denen wir uns verständigen können. Wir haben gemeinsame Interessen und Beistand von oben nach obendrein. In Momenten des Zweifelns und Haderns können wir uns dann ins jeweilige Gotteshaus begeben, um uns mit unseren Sorgen an die Götter zu wenden. Ein aufrichtiger und echter Glaube kann einem im Leben schon sehr weiterhelfen. Hierzulande bekennen sich sehr viele Menschen zum Christentum. Dabei kennen viele aber nicht einmal die Gebote oder lesen die Bibel. Das hält sie aber überhaupt nicht davon ab, sich an Gott zu wenden. Überhaupt sind die Gotteshäuser aller Religionen Orte, die über eine besondere Aura verfügen. Das heißt auch, dass sie mithilfe jedes beliebigen Glaubensbekenntnisses seelische Ausgeglichenheit erlangen und ein zufriedeneres Leben führen können. Mithilfe der Kirche können auch sie sich dem Glück nähern. Wie funktioniert das? Ein aufrichtig gläubiger Mensch bekommt, wenn er sich in die Kirche zum Gottesdienst oder zum Abendmahl begibt, einen gewaltigen Energieschub. Um ihn herum sind lauter Menschen, die so sind wie er. Er ist der göttlichen Gnade teilhaftig und eine Zeit lang sind all seine Probleme verschwunden. Seine Lasten bürdet er den Gottesdienern auf und so wird er glücklicher. Auch sie können sich dieser Methode bedienen, um das Glück zu erreichen. Gehen sie in eine Kirche, beten sie mit ihren Problemen zu Gott. Selbst wenn sie nicht einmal besonders gläubig sind, wird es einen rein psychologischen Effekt haben. Wie wir wissen, ist nämlich geteiltes oder auch nur mitgeteiltes Leid halbes Leid. Und sobald sie nun von ihren Sorgen erzählen, werden sie gleich merken, wie viel einfacher das Leben dadurch wird. Kapitel 3 Das gewohnte Unglück Was meinen Sie? Sind die Menschen gerne unglücklich? Natürlich nicht, werden sie wohl sagen. Schließlich träumt auch jeder von uns davon, glücklich zu sein. Aber wie vielen gelingt das wirklich? Denken Sie mal an sich, Ihre Freunde, Verwandten und Bekannten. Können Sie mit Gewissheit sagen, dass Sie alle glücklich seien? Wohl kaum. Jeder und jede von uns hat viele Sorgen und Probleme. Wie soll man über die Runden kommen? Woher nehmen und nicht stehlen? Und wie soll man bloß mit diesem furchtbaren Chef fertig werden? So sehr wir auch alle glücklich sein und in einer heilen Welt leben wollen, so wenig gelingt das jedem. Warum ist das so? Die Antwort auf diese Frage ist bei all ihrer philosophischen Tiefe doch sehr einfach. Wir sind es schlicht nicht gewohnt. Glück hat nämlich, wenn man es genauer betrachtet, auch etwas mit Gewohnheit zu tun. Das ist wie mit Oliven und getrockneten Bananen. Wenn man sie nicht gewohnt ist und sie einmal probiert hat, wird man nie verstehen, was so toll daran sein soll. So ist das auch mit dem Glück. Wir selbst erlauben es uns nicht immer, es zu genießen. Aber warum? Das werden wir uns nun genauer ansehen. Mit der Muttermilch eingeflößt. Glücklich sein kann man von frühester Kindheit an lernen. Die meisten Psychologen und Forscher sind zu einem ganz klaren Ergebnis gekommen. Die meisten unserer psychischen Probleme im Erwachsenenalter, Phobien und Komplexe, Wurzeln in der Kindheit. Denken Sie nur an Ihre eigene Kindheit zurück oder schauen Sie sich andere Kinder an und Sie werden sich selbst davon überzeugen können. Stellen Sie sich nur einmal vor, wie ein 3- bis 5-jähriges Kind in eine riesige, matschige Pfütze springt. Dieses Kind ist dabei wirklich glücklich. Es empfindet alles als großes Abenteuer und Vergnügen. Es empfindet allgemein aufrichtige Freude. Wie reagiert darauf nun der Otto-Normal-Erwachsene? Wird er sich dem Kind anschließen und vergessen, dass er schon groß ist? Wohl kaum. Wird er sich mit dem Kind und für das Kind freuen? Auch dazu ist kaum jemand fähig. Höchstwahrscheinlich wird er es bei der Hand nehmen und ausschimpfen, dass es sich nicht zu dreckig machen soll. Scheinbar ist das nur eine Kleinigkeit. Was hüpft dieses Kind auch einfach so in die Pfütze? Schließlich macht es sich nur schmutzig und wird sich am Ende noch erkälten. Das Gefühl des Glücks wiederum ist dahin. Das Kind wird die vernünftigen Beweggründe der Eltern wohl kaum verstehen. Im Unterbewusstsein setzt sich das zerstörte Glück dafür umso tiefer fest. Und so verlernt das Kind gerade durch solche Kleinigkeiten, Schritt für Schritt glücklich zu sein und das zu tun, was ihm Freude bereitet. Unser Begriff von Glück entsteht in der Kindheit und wird von unseren Verwandten mitgeprägt. Neben der Erziehung übt auch die Beziehung der Eltern untereinander einen großen Einfluss aus. Möglicherweise hat man sie in der Kindheit vernachlässigt, die Eltern hatten niemals Zeit oder sie wurden nur dann gelobt, wenn sie gute Noten und das erwartete Wohlverhalten an den Tag legten. In diesen Fällen wird es sie vor allem glücklich machen, geliebt zu werden. Solche Kinder stürzen sich förmlich in Liebesbeziehungen, wenn sie heranwachsen. Sie brauchen Liebe wie die Luft zum Atmen. Ist der geliebte Mensch nicht in der Nähe, kommt ihm das Leben leer und sinnlos vor. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Eine Familie, die in ärmlichen Verhältnissen lebt und wo es vorne und hinten an Geld mangelt. Ein Kind, dem deswegen in seiner Kindheit materielle Dinge vorenthalten wurden, wird vor allem nach materiellem Wohlstand streben. Reichtum ist für solche Menschen gleichbedeutend mit Glück. Standen die Kinder aber im Mittelpunkt der Familie, so wird das Glück für diese Menschen später darin bestehen, eigene Kinder zu haben. Wenn sie also wissen wollen, worin für sie das Glück besteht und warum genau das so ist, denken sie zurück an ihre Kindheit. Vielleicht haben die ja recht. Warum wir auf die Meinung der anderen hören. Wie oft passiert es nicht im Leben, dass wir einen bestimmten Weg anstreben und unsere Mitmenschen aber davon abbringen wollen? Allzu oft hören wir nicht auf unsere eigenen Wünsche, sondern auf die Meinung der anderen. Der Beruf des Friseurs war beispielsweise früher einmal nicht sonderlich angesehen. Und auch Jungen und Mädchen, die schon früh nicht von den Haaren der anderen lassen konnten und aus ihnen wirklich etwas sehr Ansehnliches zaubern konnten, wurden am Ende doch Buchhalter, Ingenieure oder Lehrer. Und das nur, weil all ihre Mitmenschen eine schlechte Meinung von so einem Beruf hatten. Und solche Dinge geschehen alle Nase lang. Wir möchten etwas Bestimmtes tun, tun dann aber doch etwas völlig anderes, weil man uns das so gesagt hat. Es ist natürlich klar, dass wir davon kein sonderliches Glück ernten. Schließlich sind unsere Wünsche nicht erfüllt worden. Und wer ist daran schuld? Am ehesten werden sie die Schuld natürlich den anderen geben. Die haben ihnen doch gesagt, auf DFH zu gehen und nicht an die Uni und lieber eine einträgliche, aber langweilige Arbeit zu wählen und auch eine Ehe mit einem anständigen und zuverlässigen Menschen einzugehen, den sie aber gar nicht lieben. Und so weiter und so fort. Praktisch jeder von uns hat einmal auf fremde Ratschläge gehört und sich von der Mehrheitsmeinung leiten lassen. Und ab einem gewissen Alter sind wir dann mit unserem Leben völlig unzufrieden. Warum ist das so? Eben deshalb, weil wir im Grunde genommen uns selbst verraten haben. Zugunsten der Mehrheitsmeinung haben wir auf unseren eigenen Weg verzichtet. Wir haben es zwar beruflich zu etwas gebracht und haben auch eine Familie, aber wir empfinden darüber kein Glück, weil uns der Job eigentlich gar nicht liegt und der Mensch an unserer Seite auch nicht der richtige ist. Was kann man da nur tun? Zuerst einmal müssen sie Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen. Und wenn sie eben nun einmal Bilder malen oder singen wollen, dann wagen sie es doch einfach. Selbst wenn sie es vielleicht in ihrem gewählten Bereich nicht unbedingt zu großem Erfolg bringen, werden sie doch an der Sache selbst Freude empfinden. Vergessen sie nicht, dass die anderen ebenso nur Menschen sind wie sie auch. Und warum sollten sie dann auf die hören und nicht auf sich selbst? Sie wissen doch wohl schließlich am besten, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Warum hören wir dann immer auf die anderen? Das hat meist die folgenden Gründe. Wenn zwei bis drei Menschen sagen, dass ich Unrecht habe, muss es doch wohl so sein. Aber ist ihnen denn nie in den Sinn gekommen, dass viele Leute unheimlich beschränkt sind? Erfolg haben nämlich vor allem die, die ihre eigenen Schlüsse ziehen, eigene Entscheidungen treffen und nicht nur abgetretene Pfade ablaufen. Das machen alle so, also muss ich das auch tun. Na, da machen wir es uns natürlich sehr einfach. Wenn alle von der Brücke springen, müssen sie das also auch. Und haben sie auch nie die Schule geschwänzt, weil alle das so machen? Oder haben sie je eine Unterrichtsstunde geschwänzt, die sie eigentlich gerne besucht hätten? Warum also immer der Mehrheitsmeinung folgen? Vergessen Sie nicht, jeder Mensch ist eine einzelne Persönlichkeit und hat das volle Recht, eigene Entscheidungen zu treffen. Die anderen werden mich nicht verstehen und das nicht gut finden. Aber warum müssen die anderen das denn unbedingt gut finden? Wenn sie an ihrem eigenen Leben keinen Gefallen finden, werden sie immer unglücklich sein. Und selbst, wenn die anderen es noch so toll finden, wie sie handeln. Vielleicht wäre es ja auch gerade einmal sinnvoll, irgendetwas zu tun, weil gerade sie es gut finden. Fassen wir also zusammen. Es hat keinen Wert, einen ihnen aufgezwungenen Weg zu gehen, nur weil die anderen das so wollen. Seien sie eine echte Persönlichkeit. Gehen sie ihren Weg. Sie werden sehen, wie sehr sich ihr Leben dadurch verändern wird. Nichts läuft, wie es soll. Spielt ihnen das Leben immer übel mit? Warum ist das so? Das Leben ist ungerecht. Sagen sie selbst, wie oft haben sie das schon als Schicksal dafür verantwortlich gemacht, dass die Umstände nicht zu ihren Gunsten geneigt waren? Und wie weit sind sie in diesen Anklagen gegangen? Hat ihnen das Leben nur in einzelnen Bereichen übel mitgespielt? Oder taugt es einfach allgemein nichts? Was wäre aber, wenn sie mit bestimmten Leuten nichts mehr zu tun hätten? Eine neue Arbeitsstelle bekommen würden? Den Beruf lernen würden, was sie eigentlich wollen und nicht den, den sie halt nun einmal haben? Oder gehen wir noch weiter. Was, wenn sie in einer anderen, sehr wohlhabenden Familie geboren wären? Oder in einer anderen Stadt, sagen wir in Berlin oder München? Oder gar in einem anderen Land? Sie glauben also, das Schicksal gebe ihnen nicht das, was es ihnen schuldig sei. Das Leben ist ungerecht und immer gewinnen Menschen, die es überhaupt nicht verdient haben. Ist das nicht so? Ihr Chef schenkt ihr auch diesem aus dem Eigepellten Heini, der direkt von der Uni kommt, mehr Vertrauen als ihnen mit ihrer Erfahrung und ihren Verdiensten. Was für eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, wohin das Auge sieht. Nun aber ein anderes Thema. Sie wollen also wirklich ein glücklicher Mensch werden. Sie träumen also davon, Zufriedenheit und Freude im Leben zu haben. Wenn das wirklich so ist, dann hören sie weiter. Und machen sie sich auf eine Überraschung gefasst. Das Schicksal und das Leben sind sehr wohl gerecht. Klingt komisch, ist aber so. Und es gibt uns genauso viel, wie wir bringen können. Wenn sie also nicht befördert werden, sind sie höchstwahrscheinlich noch nicht reif dazu, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und wenn ihre Einkünfte nicht steigen, können sie höchstwahrscheinlich mit solch großen Summen einfach noch nicht umgehen. Was soll man da tun? Natürlich erst einmal an sich selbst arbeiten. Vor allem aber aufhören, das Schicksal für den eigenen Misserfolg verantwortlich zu machen. Vergessen sie nicht, sie tragen für ihr Leben und ihre Entscheidungen allein die Verantwortung. Sie wählen selbst, ob sie glücklich oder unglücklich sind, ob sie Freuden des Lebens einheimsen oder sich nur Ohrfeigen einhandeln. Es hat keinen Sinn, das Leben für ihr Unglück verantwortlich zu machen. Das hat auch überhaupt keinen Wert. Außerdem würden sie der Welt damit auch nur Unrecht tun. An und für sich ist sie nämlich wohlgesonnen. Wenn sie sie aber ständig nur als böse und unbehaglich betrachten, was können sie denn Gutes von ihr erwarten? Kapitel 4 Was hindert uns eigentlich am Leben? Haben sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, ob sie glücklich sind? Und ob sie das immer oder eher selten sind? Oder empfinden sie überhaupt keine Freude am Leben? Mangelt es ihnen immer an irgendetwas? Alle Menschen streben nach Glück. Wir wollen alle Freude an unserem Dasein haben. Wenn nur das Wörtchen wenn nicht wäre. Wenn ich endlich die Möglichkeit hätte, nach Hawaii zu fliegen. Wenn wir mehr Geld verdienen würden. Wenn meine Oma Räder hätte. Und nur dann wären wir endlich vollkommen zufrieden mit unserem Leben. Aber ist das wirklich so? Was hindert uns denn eigentlich daran, hier und jetzt glücklich zu sein? Warum verschieben wir den Zustand seelischer Ruhe und Ausgeglichenheit immer auf später? Das wollen wir uns im Folgenden genauer ansehen. Kein Geld. Was nun? Früher dachte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben. Heute weiß ich, dass es stimmt. Das wusste schon Oscar Wilde. Geld macht nicht glücklich. So lautet ein anderes Sprichwort zum Thema. Heutige Menschen würden wahrscheinlich hinzufügen, außer in großen Mengen. Geld ist für viele von uns ein sehr großes Thema. Und das ist auch verständlich. Denn wenn der Rubel im Geldbeutel nicht rollt, kann man weder die Miete bezahlen, noch sich neue Schuhe kaufen. Selbst seine Fahrkarte in der Straßenbahn gibt es nicht umsonst. Streben deswegen nicht auch so viele Menschen nach materiellem Wohlstand? Möglicherweise schon. Aber brauchen wir nun wirklich so viele davon, wie es scheint? Haben Sie sich über diese Frage einmal Gedanken gemacht? Messen wir dem Geld und den damit verbundenen Privilegien nicht vielleicht eine etwas zu große Bedeutung bei? Warum träumen nur alle davon, Millionär zu werden? Wissen Sie denn überhaupt, was Sie mit so viel Geld anstellen würden? Das sind viele Fragen auf einmal, nicht wahr? Und das zu Recht. Geld braucht man nun einmal zum Leben. Sei es, um es behaglich und angenehm zu haben, um gesund zu bleiben und um für die Kinder und die alt gewordenen Eltern zu sorgen. Praktisch alles kostet Geld in der Welt, in der wir leben. Im Leben ist nichts umsonst, außer der Tod. Und der kostet das Leben. Und wenn das Geld für die Familie und die Kinder nicht reicht, werden sie zu Recht kaum ein echtes, ungetrübtes Glück erleben können. Letztlich stehen wir vor einem Paradox. Ohne Geld fühlen wir uns unglücklich. Aber wenn wir es haben, fühlen wir uns trotzdem nicht glücklich. Warum ist das so? Das ist ganz einfach. Man darf vom Geld nicht erwarten, dass es gleichbedeutend mit Glück sei. Früher oder später hat das schlimme Folgen. Sie werden dann nämlich merken, dass das Geld Ihnen gar nicht die erwartete moralische Befriedigung beschafft und dafür ist das Geldverdienen zum einzigen und traurigen Ziel und Zweck Ihres Lebens geworden. Sie sollten im Idealfall genug Geld haben, um ein angenehmes, komfortables Leben führen zu können. Es wäre aber falsch, materiellen Wohlstand zum einzigen Lebenszweck zu erklären. Damit sitzen Sie nur einem großen Selbstbetrug auf. Wenn nämlich Ihre innere Stimme Ihnen ständig sagt, Sie hätten zu wenig Geld und müssten mehr davon beschaffen, werden Sie sich dadurch nur beunruhigen. Und wenn Sie das tun, werden Sie deutlich unproduktiver und unkreativer. Anstatt nämlich Wege zu suchen, Ihren Wohlstand zu verbessern, sind Sie gedanklich nur beim Wohlstand. Und auf diesem Wege werden Sie garantiert nichts erreichen. Fassen wir also zusammen. Geld sollte für Sie niemals Selbstzweck, die einzige Freude im Leben, ein Fetischsymbol sein. Wenn Sie vom Geld abhängig sind, machen Sie sich so nur zum Sklaven. Und von welchem Glück kann da noch die Rede sein? Sie können und sollten materiellen Wohlstand und auch Geld eher unter den folgenden Gesichtspunkten betrachten. Geld eröffnet Ihnen viele Möglichkeiten. Durch materiellen Wohlstand können Sie Freude am Leben haben. Sie können etwas Gutes und Einzigartiges bewirken, wenn Sie über die nötigen Mittel verfügen. Der Wirtschafts-Nobelpreisträger Daniel Kahnemann hat es einmal so ausgedrückt, dass Sie mit Geld ein Stückchen Glück kaufen können. Den letzten Punkt wollen wir uns einmal genauer anschauen. Soll das etwa heißen Glück, könne man doch kaufen? Ein Hauptbestandteil des Glücks sind schöne, unvergessliche Momente. Und die kann man für Geld tatsächlich kaufen. Beispielsweise, wenn Sie eine gewisse Summe für eine Reise ausgeben, von der Sie schon immer geträumt haben. Oder aber, wenn Sie sich irgendein teures Spielzeug kaufen, von dem Sie Ihr Leben lang geträumt haben. Manchmal kann das die Stimmung wirklich sehr heben. Und nicht wenige Damen der Schöpfung empfinden es als unheimlich stressabbauend, auf eine Shoppingtour zu gehen. Diese Methode funktioniert also wirklich. Sie haben alle Unrecht. Warum uns unsere Mitmenschen verunsichern und was sie dagegen tun können. Es ist nicht allzu empfehlenswert, den anderen immer Recht zu geben und sich selbst die Möglichkeit vorzuenthalten, die eigene Sicht der Dinge zu haben. Ebenso falsch wäre es aber auch, allen anderen vorzuwerfen, sie würden alles falsch machen. So etwas kommt aber doch häufig vor. Manchmal kommt es uns eben einfach so vor, dass nur wir begriffen haben, worauf es ankommt und wo es lang geht. Und nur Ihre Sicht der Dinge die einzig richtige ist. Aber stimmt das auch wirklich? Für Sie möglicherweise schon. Für Sie ist schließlich der Schnee weiß und der Wind kalt. Wussten Sie aber schon, dass manche Polarvölker bis zu 40 Arten von Schnee unterscheiden. Und dass Weiß auch nicht gleich weiß ist. Und werden Sie danach immer noch behaupten können, deren Sicht der Dinge unterscheide sich überhaupt nicht von der ihrigen. Jeder Mensch ist einzigartig. Selbst wenn Sie von etwas scheinbar sehr Einfachem erzählen, können Sie nicht immer sicher sein, dass man sie genauso verstehen wird, wie Sie es verstehen. Überlegen Sie doch einmal selbst. Der Begriff Zuhause kann für jeden etwas anderes sein. Für Sie ist das vielleicht der Kreis der Familie und Verwandten und Sie denken an Kaffee und Kuchen. Für andere ist das vielleicht eine heruntergekommene Dachkammer. Und wieder andere verbinden damit einen Ort voller Konflikte und Familienstreitigkeiten. Und das gilt für praktisch alles. Was Ihnen wichtig ist, kann im Leben eines anderen Menschen vielleicht überhaupt keine Bedeutung haben. Warum glauben Sie dann also, dass nur Sie recht haben? Schauen wir uns einmal genauer an, wohin eine solche Haltung führen kann. Der Glaube daran, dass Sie im Recht sind, kann unter manchen Umständen nützlich sein, zum Beispiel dann, wenn Sie in leitender Stellung tätig sind, von Ihrer Arbeit etwas verstehen und bereit sind, für Ihre Entscheidungen gerade zu stehen. Dann ist natürlich der Glaube an die eigene Unfehlbarkeit eine der Grundvoraussetzungen des Erfolgs. Oder aber wenn Sie einen Vortrag auf einer Betriebsversammlung halten und die Mehrheit der Anwesenden auf Ihre Seite bringen wollen. Wenn Sie selbst nicht an das glauben, was Sie da vortragen, werden Sie wohl kaum die anderen auf Ihre Seite bekommen können. Sonst aber? Nun, nehmen wir an, eine Bekannte würde Ihr Kind falsch erziehen. Und das Produkt dieser Erziehung stört Sie durch seine lärmende, unruhige und vorlaute Natur. Was geht da genau vor sich? Sie ärgern sich, empfinden Wut und Aggression. Und das heißt, dass Ihr emotionaler Zustand weit von einem positiven und stabilen entfernt ist. So werden Sie aber in Ihrem Leben weitaus schwieriger ein Stückchen Glück finden können. Sie versuchen, das Kind in den seltenen Augenblicken, da Sie es einmal sehen, eigenmächtig zu erziehen, was wiederum die Mutter sehr verärgert. Außerdem wird das Kind anfangen, Sie zu meiden und Sie als sehr unsympathisch wahrzunehmen. Für Ihr Verhalten wird man Ihnen garantiert nicht dankbar sein, da brauchen Sie sich gar keine Hoffnungen zu machen. Sie versuchen, Ihre Bekannte davon zu überzeugen, sie erziehe Ihr Kind nicht richtig. Es ist aber immer noch Ihr Kind und sie sieht es ständig. Sie wird immer noch am besten wissen, wie sie es erziehen soll. Und außerdem ist auch sie davon überzeugt, dass sie Recht habe. Letztlich also werden Sie bestenfalls nur einen Streit mit Ihrer Freundin vom Zaun brechen. Und ist es das etwa wert? Sie werden das Kind ohnehin nicht umerziehen können. Und auch sonst sind von Ihren Bestrebungen, die Welt zu verbessern, keine positiven Ergebnisse zu erwarten. Und ist es das nun wert, so viel Zeit, Nerven und Kraft für eine ganz klar vergebliche Liebesmühe aufzuwenden? Denken Sie daran, auf dieser Welt können Sie nur sich selbst ändern. Wenn Sie eine Situation nicht ändern können, ändern Sie Ihre Haltung Ihr Gegenüber. Versuchen Sie zunächst einfach, Abstand zu nehmen und sich nicht auf alles, was Sie ärgert, gleich einzulassen. Betrachten Sie die Situation so, als wären Sie ein Zuschauer in einem Theater, als würde auf der Bühne ein Stück aufgeführt. Sie werden ja wohl nicht Othello davon abhalten, Desdemona zu erwürgen oder etwa doch. Und vergessen Sie nicht, wir alle haben ein Recht auf unsere eigene Meinung, unsere eigenen Entscheidungen und eigenen Handlungen. Und wir alle tragen für die von uns getroffenen Entscheidungen die Verantwortung. Mischen Sie sich nicht in das Leben anderer ein und versuchen Sie nicht, ohne Not in die Lebenswelt Ihrer Mitmenschen einzugreifen. Überlegen Sie sich das doch einmal selbst. Wenn alle um Sie herum Unrecht haben, liegt das nicht vielleicht auch an Ihnen selbst? Die Welt ist voller Gefahren. Objektive und fiktive Gefahren. Sehr vielen von uns verdirbt die Angst vor allen möglichen Scheußigkeiten das ganze Leben. Und das hat auch einen einfachen Grund. Wir haben Angst um uns selbst und die Menschen, die uns nahestehen. Tatsächlich ist das Bedürfnis nach Sicherheit eine der grundlegendsten Bedingungen menschlichen Daseins. Es ist offensichtlich, dass wir nicht vollkommen glücklich sein können, wenn wir von Gefahren umgeben sind und jemand, der uns nahesteht, sich in einer gefährlichen Lage befindet. Es hat aber nun eben auch keinen Wert, die ganze Situation lächerlich stark aufzubauschen. Die meisten Menschen wenden doch einen Großteil ihrer Kräfte nicht dafür auf, um reale Gefahren zu vermeiden, sondern auch ihrer Meinung nach unerwünschte Ereignisse aufzuwenden. Selbst wenn diese Ereignisse eigentlich niemals eintreten können, machen wir uns trotzdem unheimliche Gedanken darum. Dadurch aber vergiften wir uns nur unser ganzes Leben und nicht selten auch das unserer Mitmenschen. Der bekannte Psychologe Dale Carnegie hat es einmal so ausgedrückt. Wir müssen endlich aufhören, uns Sorgen zu machen und anfangen zu leben. Denken Sie daran, Angst ist größtenteils kein konstruktives Gefühl. Sie entsteht nicht unter der Einwirkung objektiver Gefahren, sondern ausschließlich willentlich in unserem Kopf. Die Menschen haben von Natur aus Angst vor dem Ungewissen, weil alles, was sie nicht verstehen, ihnen gefährlich vorkommt. Und in Maßen kann die Angst uns auch helfen, uns zu konzentrieren und in uns schlummernde Fähigkeiten freizusetzen. Wenn diese Befürchtungen aber zum Hauptbestandteil unseres Lebens werden, werden Sie schlicht keine Lebensfreude mehr empfinden können. Denken Sie daran, die Welt ist nicht so gefährlich, wie es scheint. Und bevor Sie sich über irgendetwas Sorgen machen, überlegen Sie sich lieber, ob es wirklich alles so derartig schlimm ist. Es hat keinen Wert, sich vor der Zeit graue Haare wachsen zu lassen. Die Kirschen im Nachbarsgarten Neid und die damit verbundenen Probleme Neid ist eines der destruktivsten negativen Gefühle des Menschen gegenüber seinesgleichen, egal ob es um materielle oder nichtmaterielle Dinge geht. Ein von Neid besessener Mensch ist faktisch unfähig, seine Kräfte zu sammeln und zu versuchen, sich etwas zu erarbeiten, was das Objekt seines Neides besitzt. Stattdessen träumt der Neider davon, dass der Beneidete das verliert, was er besitzt. Neid ist per se immer kontraproduktiv. Wenn Sie danach streben, sich die eine oder andere Sache zu erarbeiten, ob es sie nun gibt oder nicht, so kann von Neid schon keine Rede mehr sein. Wenn Sie zum Beispiel bemerkt haben, dass der Nachbar seine Wohnung renoviert hat und Sie sich dann sagen, dass Sie auch gerne eine solche Renovierung wollen, dann ist das kein Neid. Manchmal wird zwischen konstruktivem und destruktivem Neid unterschieden. Zu Letzterem gehören Wünsche wie Soll doch dem Nachbarn seine Kuh sterben? Aber eigentlich ist eine solche Unterscheidung hinfällig. Neid ist das Gefühl, sich von der Welt benachteiligt zu fühlen. Neid hält Sie nur davon ab, mehr Geld zu verdienen, sich Wissen anzueignen und an Ihrem eigenen Lebensweg zu arbeiten. Außerdem zeugt eine Neigung zum Neid von einem niedrigen Selbstbewusstsein. Und Menschen mit niedrigem Selbstbewusstsein sind auch weniger fähig, Glück zu empfinden. Eins müssen Sie begreifen. Neid beginnt dann, wenn man unterbewusst glaubt, das eine oder andere nicht eigenständig erreichen zu können. Es habe also folglich keinen Sinn, es überhaupt zu versuchen. Eigentlich will man es aber. Und hier fängt dann die Selbstzerfleischung an. Und da wir unser gekränktes Selbstbewusstsein erhöhen wollen, – zumindest in den Augen anderer – fangen wir an, Ihnen zu beweisen, der Mensch, der etwas hat oder kann, was wir wollen, sei ein schlechter und unherrlicher Mensch. Neid führt Sie in einen Teufelskreis, der Ihrem Leben nichts Gutes bringen wird. Wenn Sie Neid empfinden, empfinden Sie nämlich gerade kein Glück, denn Sie haben überhaupt keine Kräfte mehr übrig, um Ihre eigentlichen Ziele anzustreben. Neid ist etwas, das Sie vernichtet. Merken Sie sich das. Wie kann man aber mit ihm umgehen? Steigern Sie Ihr Selbstbewusstsein. Wenn Sie das nicht selbstständig schaffen, wenden Sie sich an einen Psychologen. Wenn Sie sich dabei erwischen, dass Sie Neid empfinden, versuchen Sie, sich für den Beneideten zu freuen. Statt zu sagen, der Nachbar hat vielleicht ein großes Haus, das hat er sich doch sicher nur ergaunert. Sagen Sie lieber, Mensch, mein Nachbar hat vielleicht ein großes und schönes Haus, alle Achtung. Irgendwann lege ich mir auch so eins zu. Das wird Ihnen anfangs schwer fallen, aber nur so werden Sie die Programme, die sich in Ihrem Unterbewussten gefestigt haben, auflösen. Machen Sie eigene Pläne, setzen Sie sich eigene Ziele und erreichen Sie etwas. Wenn alle Stricke reißen, gefällt es Ihnen möglicherweise sogar unglücklich zu sein? Oder fürchten wir uns einfach nur vor dem Glück? Zu diesem Schluss muss man wohl kommen, ob man will oder nicht. Schließlich gibt es so derartig viele Faktoren um uns herum, die uns daran hindern, unseren Weg zum Glück zu finden. Außerdem haben wir ja auch ständig kein Geld und sind nur von Beschränkten umgeben. Und überhaupt klappt im Privatleben einfach nichts, beruflich auch nicht, die Verwandten machen ständig irgendwelchen Ärger und nie hat man für irgendetwas Zeit. Was finden wir nicht alles für Probleme und Vorwände, um nur bloß nicht glücklich zu werden? Also was soll man denn da Ihrer Meinung nach machen, wo doch Ihr Leben gescheitert ist? Sich hinsetzen und rumlamentieren oder aber trotzdem das Leben verändern? Wenn es nach uns geht, ist die zweite Lösung um einiges zielführender. Tatsächlich ist es unser allergutes Recht, Wege zur Selbstverwirklichung zu suchen. Wenn Sie etwas stört, überlegen Sie, ob Sie etwas daran ändern können. Und wenn das so ist, ändern Sie es. Wo fangen wir an? Natürlich bei unserem Selbstbild. Nehmen Sie sich etwas Zeit, ein Blatt Papier und einen Stift. Und dann überlegen Sie sich, was stört Sie an Ihrem Leben? Gründe werden sich natürlich genug finden. Und die schreiben Sie dann auf. Dann der nächste Schritt. Wie hätten Sie es lieber? Schreiben Sie auch das auf. Mit dieser einfachen Methode können Sie sich selbst Ihre Wünsche und Bedürfnisse besser verstehen lernen. Und nun lesen Sie sich die Notizen noch einmal durch. Was gefällt Ihnen daran nicht? Ihr Partner versteht Sie nicht. Überlegen Sie sich, woran das liegt. Möglicherweise bringen Sie Ihre Wünsche nicht verständlich zum Ausdruck. Oder aber Sie bringen sie erst gar nicht zur Sprache. Erwarten Sie denn etwa, dass andere Ihre Gedanken lesen? Vielleicht sind Sie aber auch einfach nur zu verschieden. Aber was, wenn Sie sich zu einer Trennung entscheiden? Wird das dann vor Gericht enden? Oder wird einer von Ihnen beiden das anschließende Drama nicht überstehen? Denken Sie alles möglichst ganz zu Ende. Wenden wir uns dann Ihren Bedürfnissen zu. Was hätten Sie gerne? Mehr Geld? Suchen Sie sich irgendeinen Nebenverdienst. Was können Sie? Irgendetwas kann doch schließlich jeder. Sticken, schnitzen, Computer reparieren. Dann bringen Sie Ihre vier Buchstaben in Bewegung und informieren Sie sich. Vielleicht werden in Ihrer direkten Umgebung ja gerade genau solche Fachleute wie Sie gebraucht. Würden Sie gerne Aquarelle malen lernen? Dann gehen Sie doch wenigstens einmal ins Geschäft und kaufen sich Farben, Pinsel und Papier. Und machen Sie sich nichts draus, wenn Ihre ersten Aquarelle nur wie kindische Klecksereien aussehen. Niemand erwartet schließlich von Ihnen, dass Sie die gleich ausstellen. Später können Sie immer noch darüber nachdenken, ob Sie das Zeug zum Profi haben. Wären Sie gerne ein Opernsänger. Und haben Sie auch ein gutes Gehör und eine gute Stimme. Wenn nicht, können Sie ja immer noch einfach für sich singen lernen. Das ist doch auch nicht übel. Schauen Sie sich Ihre Liste überhaupt einfach an. Sie können auch ein weiteres Blatt zur Hand nehmen und einen Plan zur Veränderung Ihres Lebens erstellen, sagen wir für die nächste Woche. Den sollten Sie dann auch klar befolgen. Freuen Sie sich Ihres Lebens, anstatt es nur zu erleiden. Sie werden schnell merken, was das für einen Unterschied macht. Kapitel 5 3 Grundlagen des Glücks Glück Was ist das eigentlich? Wenn man die ganze Nacht mit Zahnschmerzen wachliegt, sich dann zu einem etwas unangenehmen Zahnarzttermin überwindet und dann der Schmerz weg ist, diese Euphorie kann man wohl als Glück bezeichnen. Außerdem kann man diesen Zustand der Erleichterung sehr leicht bemerken. Für die meisten Menschen liegt das Glück auch darin, dass alle Mitmenschen gesund sind. Was aber eigenartig ist, ist, dass viele von uns eine solche grundlegende Lebensfreude nur nach einem gewissen Stress empfinden. Nehmen wir beispielsweise an, dass ein uns nahestehender Mensch plötzlich vor einem ernsthaften Problem steht und wir uns Sorgen um ihn machen. Wenn sich dieses Problem aber gelöst hat, empfinden wir Erleichterung und Glück. Das Glück steckt in Kleinigkeiten. Ein Glas kalter Saft in der Hitze oder in einem leckeren Essen. Glück bedeutet, ein Examen erfolgreich abzulegen oder ein Ziel zu erreichen. Aber gelingt es uns, uns darüber zu freuen? Jedes Mal entwischt es uns doch. Es schwindet dahin. Es kommt uns vor, als sei das Ersehnte endlich gekommen. Und das Glück ist zum Greifen nahe. Wieder aber kommen in uns Wünsche und Träume auf, und wieder kommt uns das Leben allzu leer und langweilig vor. Wie erlangt man aber dieses unfassbare Glück? Eigentlich ist das gar nicht so schwer. Aber ganz einfach ist es auch nicht. Sie werden nämlich an sich selbst arbeiten müssen. Und sich selbst zu ändern, das ist erwiesenermaßen wesentlich schwieriger, als die Welt zu ändern. Versuchen wir also, uns auch ein Stückchen Glück zu verdienen. Durch die rosa Brille. Positive Wahrnehmung als erster Schritt zum Glück. Oft verderben wir uns das Leben dadurch, dass wir nur auf seine unangenehmsten Seiten achten. Die Straßen sind voller Müll, es ist heiß, überall sind Fliegen. Und die Leute im Bus erst, was die für ein Benehmen haben. Und alle haben sie von nichts eine Ahnung, aber zu allem eine Meinung. Und dann der Chef, der wohl auch nicht alle Tassen im Schrank hat. Und was nicht alles. Wenn sie aber die Welt verändern wollen, müssen sie erst einmal ihr Verhältnis zu ihr verändern. Das ist tatsächlich so. Denn letztlich sind sie selbst das Einzige, worüber sie völlig frei verfügen. Über die Umstände tun sie das aber in der Regel nicht. Fangen sie also an, sich selbst zu ändern. Und womit fällt das am leichtesten? Damit, wie sie die Wirklichkeit wahrnehmen. Das ist tatsächlich so. Und wenn sie sich zu diesem Schritt entschieden haben, werden sie schnell merken, wie viel einfacher das Leben in dieser Welt plötzlich sein wird. Forscher haben schon lange herausgefunden, dass sogenannte Optimisten, also diejenigen, die freudig und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, eine wesentlich höhere Lebenserwartung und eine bessere Gesundheit haben. Durch Optimismus und positives Denken werden sie also nicht nur ein längeres Leben haben, sondern auch die Wirklichkeit verändern. Unsere Umwelt gleicht nämlich in gewisser Weise einem Spiegel. Sie spiegelt nämlich ihre Wahrnehmung wider. Denken Sie daran, wie es Ihnen wahrscheinlich auch schon einmal gegangen ist. Sie gehen mit finsterer Miene und schlecht gelaunt auf die Straße und alles um Sie herum kommt Ihnen grau und finster vor. Und irgendwie sind Ihnen auch die ganzen Leute unsympathisch und denken wahrscheinlich irgendetwas Böses über Sie. Oder aber die Sache sieht genau anders herum aus. Sie sind gut gelaunt, gehen hinaus und alle Leute um Sie herum sind fröhlich, die Sonne scheint und alles ist in Butter. Ziehen Sie also die rosa Brille auf und entdecken Sie den Optimisten in sich. Das ist übrigens ganz einfach. Kaufen Sie sich doch sprichwörtlich einfach eine Brille mit rosa getönten Gläsern und betrachten Sie die Welt ein wenig durch Sie. Sie werden sich wundern, wie sehr sich Ihre Wahrnehmung der objektiven Realität ändern wird. Jetzt kommen wir aber zum Schwersten. Wir werden uns nämlich nun mit uns selbst befassen. Wie stellt man das an? Aller Anfang ist natürlich schwer. Sobald Sie irgendetwas sehen, was Sie aufregt und ärgert, versuchen Sie diesen Eindruck mit etwas Positivem zu übertönen. Sind schon wieder Bierflaschen auf dem Rasen? Dafür schimmert das Sonnenlicht durchs grüne Glas. Und das passt doch gut zu dem dichten grünen Rasen. Ist das schon wieder so ein schreiendes, verzogenes Kind? Nichts dergleichen, sondern nur ein Mensch, der sein Ich und seine Emotionen zum Ausdruck bringt. Brüllt der Chef Sie wieder an. Na, immerhin wird er ja nicht handgreiflich. Und nun stellen Sie sich vor, Ihr Chef würde sich wütend und mit Schaum vor dem Mund auf Ihre Kollegen stürzen und auf die mit Fäusten einprügeln. Das ist doch ein ganz schön amüsantes Bild, finden Sie nicht? Und so verfahren Sie dann auch in allem anderen. Diese Übung ist tatsächlich nicht ganz einfach. Mit Ihrer Hilfe werden Sie Ihr Bewusstsein verändern und lernen, im Leben nicht nur das Schlechte zu sehen. Und Sie werden sich auch deutlich häufiger glücklich fühlen. Oft braucht es ja nur eine Kleinigkeit zum Glück. Das Lächeln einer sympathischen jungen Dame oder eine schöne Blume, die plötzlich auf dem Rasen erblüht ist. Seelenfrieden. Nur so eine Redensart? Was bedeutet Seelenfrieden eigentlich? Das heißt zunächst einmal, dass Fehlen von Unruhe und Hass ein Gefühl der Verbundenheit mit ihrer Umwelt. Seelenfrieden kann man gar nicht so schwer erreichen. Es ist aber deutlich schwieriger, ihn zu bewahren. Denn es gibt ja so manche Dinge, die uns ärgern. Aber was bringt Ihnen persönlich denn dieser Seelenfrieden? Überlegen Sie es sich doch einmal selbst. Wenn Sie Seelenfrieden erlangen, werden Sie wesentlich empfänglicher für positive Ereignisse. Sie werden häufiger ein Gefühl der Zufriedenheit mit Ihrem Leben bekommen. Und das Leben wird Ihnen automatisch in die Hände spielen. Wie kann man nun diesen Seelenfrieden erreichen? Vor allem dann, wenn uns die Probleme nicht nur bis zum Hals, sondern sogar bis zum Dach stehen. Wie soll denn da bitte von irgendeinem Frieden die Rede sein? Vor allem sollten Sie versuchen, den Maßstab Ihrer Probleme zu verkleinern. Nehmen wir die erste Übung. Sie ist besonders für sehr visuelle Menschen geeignet. Stellen Sie sich das Weltall vor in seinen unendlichen Weiten. Am einfachsten können Sie das, wenn Sie sich den Sternenhimmel betrachten. Stellen Sie sich vor, einer dieser Sterne wären Sie. Fühlen Sie sich wie ein Stern, schwer und weit entfernt. Und schauen Sie dann von diesem Stern herab auf die Erde. Sehen Sie sie? Natürlich nicht. Jedenfalls nicht mit bloßem Auge. Die Sterne, die wir sehen, sind schließlich wesentlich größer als unsere Erde. Nehmen Sie ein Fernglas. Was sehen Sie? Eine kleine blaue Kugel in den unendlichen Weiten des Alls. Fahren Sie etwas heran an die Erde. Jetzt können Sie schon die Kontinente erkennen und die Krümmung der Erdoberfläche. Kommen Sie noch etwas näher heran. Jetzt können Sie vielleicht sogar Ihre Heimatstadt erkennen, erbsengroß wie auf einer Karte. Versuchen Sie jetzt einmal, Ihr Haus zu finden. Und dann sich selbst. Diese Maßstäbe sind schon beeindruckend, finden Sie nicht? Das Weltall und Sie. Und überall kaum bemerkbare Probleme und Schwierigkeiten. Was sind auch schon unsere Probleme, wenn man in den Maßstäben des Weltalls denkt? Die nächste Übung ist praktisch für jeden und jede geeignet. Nehmen Sie sich ein Problem, das Sie ganz besonders beschäftigt und führen Sie es ad absurdum. Steht Ihr Gehalt schon seit einer Woche aus, obwohl man es Ihnen versprochen hat? Stellen Sie sich vor, es würde noch einen Monat ausstehen, vielleicht sogar zwei oder drei. Was würde dann schlimmstenfalls passieren? Sie könnten keine neue Arbeit finden, die Miete nicht mehr bezahlen und hätten kein Geld mehr für Kleidung und Essen. Am Ende schmeißt man Sie noch aus der Wohnung und alle Vorzüge der Zivilisation sind Ihnen vorenthalten. Und? Haben Sie diese Situation überstanden? Dann können Sie ja nun beruhigt über Ihre Ängste lachen und es wird Ihnen sofort besser gehen. Auf diese Weise können Sie mit allen möglichen Problemen und Aufgaben umgehen. Diese Übungen werden Ihnen das Leben wirklich sehr erleichtern. Und nun gehen wir zur nächsten Etappe über. Versuchen Sie, sich eins mit der Welt zu fühlen, egal in welcher Form. Es ist dabei unwichtig, ob Sie dabei nun an Götter glauben oder an welche genau. Wenn die uns aber geschaffen haben, bedeutet das, dass Sie uns lieben. Warum? Sehen Sie doch einmal selbst. Wenn Sie irgendetwas erschaffen, nehmen wir an, es ist eine Perlenstickerei, dann gefällt Ihnen doch das, was Sie tun. Und das Ergebnis gefällt Ihnen auch. Und dann legen Sie sie an einen Ort, an dem man sie betrachten kann, bewundern Sie den ganzen Tag und fürchten, dass es verstaubt. Nun übertragen Sie das auf unsere Schöpfer. Ob Sie nun gelungen sind oder nicht, die Schöpfer lieben Sie doch aufrichtig und bedingungslos. Lernen Sie also auch, sich selbst zu lieben. Die Erde gibt uns alle Ressourcen, die wir brauchen, um uns und unsere Kinder zu ernähren. Das heißt, dass auch sie uns wohlgesonnen ist. Lernen Sie auch, sich eins mit der Umgebung zu fühlen, die Ihrem Alter, Erfolg und Grad der Selbstverwirklichung angemessen ist. Wie stellen Sie das an? Das ist ganz einfach. Setzen oder legen Sie sich hin, entspannen Sie sich und konzentrieren Sie sich auf Ihre Umwelt, auf alle Geräusche, Gerüche und so weiter. Hören Sie genau hin. Nun achten Sie auf das, was Sie fühlen. Ist die Oberfläche, die Sie berühren, glatt oder rau? Warm oder kühl? Oder vielleicht sogar heiß? Was empfinden Sie? Lassen Sie alle Gedanken fahren und geben Sie sich ganz Ihren Sinneseindrücken hin. 5 Minuten reichen hier vollkommen aus und schon werden Sie sich wesentlich ruhiger und glücklicher fühlen. Schlüssel zum Glück Wie Sie mit Ankern arbeiten Wussten Sie eigentlich, dass man das Glück verankern kann? Das geht nämlich tatsächlich und das ist auch keine bloße Redensart. Sie können sich selbst Inseln des Glücks erschaffen und zu Ihnen zurückkehren, wann immer Sie es wollen, wenn Sie beispielsweise einmal Pech gehabt haben und Ihnen das Leben trostlos erscheint. Und das ist auch gar nicht einmal so schwer. Fangen wir also damit an, uns Inseln des Glücks zu schaffen. Zuerst müssen Sie sich dafür in die strahlendsten und positivsten Momente Ihres Lebens zurückversetzen. Haben Sie einmal etwas besser gekonnt als alle anderen? Haben Sie einmal ein unerwartetes Geschenk erhalten? Einen lange gehegten Plan verwirklicht? Dann denken Sie daran zurück. Vielleicht haben Sie ja auch einmal in der Schule eine schwierige Aufgabe gelöst und Sie haben dafür Lob von den Lehrern bekommen. Suchen Sie nach solchen Ereignissen in Ihrem Leben. Nach solchen kleinen, aber doch schönen Erinnerungen. Erinnern Sie sich möglichst genau zurück. Sie können die Erinnerungen auch noch einmal auf einem Blatt Papier festhalten. Eines müssen Sie aber beachten. Sie sollen sich nicht nur an diese glückliche Episode Ihres Lebens zurückerinnern, sondern sie quasi noch einmal durchleben. Als würde sie sich in Ihrem Bewusstsein noch einmal abspielen. Fühlen Sie das Geschehen nach, als geschehe es hier und jetzt. Und achten Sie darauf, welche Sinneseindrücke Sie damals hatten, vom Geruch über den Geschmack, einfach alles. Das kann sehr hilfreich sein. Das gelingt besonders gut, wenn Sie sich an eine ganz besonders auffällige Kleinigkeit erinnern, wie den Geruch eines bestimmten Parfüms, Kirschblüten oder ein Feuer oder vielleicht auch eine weiße Schleife im Haar einer Mitschülerin, was immer Ihnen nur einfällt. Damit Sie nicht andauernd in den Tiefen Ihres Gedächtnisses herumwühlen müssen, können Sie diese Erinnerungen auch aufschreiben. Und wenn Sie dann wollen, können Sie diese Aufzeichnungen einfach hervorholen. Und wenn es Ihnen dann noch gelingt, einen Geruch zu finden, den Sie mit Freude assoziieren, dann ist das einfach nur unbezahlbar. Wenn Sie dann schlechte Laune haben, schalten Sie einfach die positiven Assoziationen ein. Jede Depression wird dann so schnell wieder verfliegen, wie sie gekommen ist. Übrigens gibt es neben Ihren individuellen Schlüsseln zum Glück auch allgemeingültige. Sind Sie traurig? Essen Sie etwas Schokolade oder eine Banane. Stellen Sie auf den Tisch eine Schüssel mit Orangen und die kleinen sonnigen Früchte werden den Kummer verjagen. Nehmen Sie ein entspannendes Bad und tun Sie sich überhaupt einfach etwas Gutes. Sie sehen selbst, so schwer ist das gar nicht. Wie soll man sich da denn nicht besser fühlen können? Kapitel 6. Mit Leib und Seele Nicht nur Psychologen, Philosophen und kreative Persönlichkeiten haben sich die Frage gestellt, was dieses unfassbare Glück genau ausmacht. Auch die Wissenschaft ist an dieser Frage interessiert. Auch die Mediziner haben eine eigene Definition von Glück entwickelt. Von ihrem Standpunkt aus betrachtet wird Glück durch einen erhöhten Endorphin, Serotonin und Dopaminspiegel hervorgerufen. Liegen diese Hormone im Blut vor, empfindet man eine Euphorie, die sich auch als Glück bezeichnen lässt. Deswegen werden diese Hormone auch als Glückshormone bezeichnet. Es liegt also nahe, dass nicht nur der seelische, sondern auch der körperliche Zustand einen Einfluss auf die Lebensqualität ausübt. Denken Sie doch mal selbst daran zurück. Höchstwahrscheinlich haben Sie doch einmal wegen irgendeiner Kleinigkeit ein Glücksgefühl empfunden, beispielsweise beim Verzehr von Schokolade. Gerade die Damen der Schöpfung versuchen oft, sich mithilfe von Süßen von Depressionen und Stress zu befreien. Und die Herren der Schöpfung trainieren sich nicht nur ihre Rettungsringe vom Bauch ab, sondern auch den Stress. Schon seit Urzeiten ist das Sprichwort bekannt, dass in einem gesunden Körper ein gesunder Geist wohne. Unser seelischer Zustand hängt auch tatsächlich in erheblichem Maße vom Körperlichen ab. Überlegen Sie sich doch einmal selbst, kann man denn von Glück sprechen, wenn Sie Hunger leiden? Oder wenn Ihnen übel ist? Oder wenn Ihnen Ihr Spiegelbild nicht allzu sehr zusagt? Natürlich kann man mithilfe psychologischer Übungen eine positive Haltung zum Leben erlernen. Aber wie lange halten Sie damit allein durch? Sie sollten sich also nicht nur um Ihre Psyche richtig kümmern, sondern auch die körperlichen Bedürfnisse nicht vernachlässigen. Das Glück hängt direkt und sehr stark von unserer körperlichen Verfassung ab. Damit das Glück also auf Ihrer Seite ist, müssen Sie auch auf Ihre Gesundheit achten. Hier kann man übrigens einen gewissen Teufelskreis feststellen. Je mehr Sie zu Depressionen neigen und je negativer Sie Ihre Umwelt wahrnehmen, umso häufiger werden Sie krank. Eine positive Grundhaltung kann aber in manchen Fällen mehr helfen als alle Tabletten. Es ist schon lange erwiesen, dass Optimisten Erkrankungen leichter überstehen und schneller genießen. Also lernen Sie endlich, Freude am Leben zu haben. Der Mensch kommt auch nicht ohne körperliche Betätigung aus. Ohne sie schwinden die Muskeln dahin und die körperliche Verfassung verschlechtert sich zusehends. Glauben Sie das nicht? Dann versuchen Sie doch einmal, 24 Stunden lang im Bett zu liegen. Bloß im Bett liegen, sonst nichts und aufstehen dürfen Sie nur, wenn unbedingt nötig. Wie werden Sie sich dann wohl am nächsten Tag fühlen? Schlaff, müde und kraftlos oder aber voller Lust zu arbeiten, zu rennen und zu springen? Sie sehen also, dass Sie körperliche Betätigung einfach brauchen. Außerdem ist die auch nicht nur gut für Ihren Körper, sondern auch für Ihre Psyche. Beim Laufen oder beim Trainieren an den Geräten schöpfen Sie nicht nur neue Kraft, sondern befreien sich auch vom Stress und seinen Folgen. Wenn Sie sich unglücklich fühlen, genügt es manchmal, eine Runde an der frischen Luft laufen zu gehen oder etwas zu trainieren. Dann werden Sie eine angenehme Müdigkeit, Freude und Frische empfinden. Außerdem ist es auch gesund, und das ist sogar wissenschaftlich erwiesen, bei Sonnenaufgang aufzustehen. So erhält der Körper nämlich die nötigen Stoffe, mit deren Hilfe er Glückszustände herbeiführen kann. Wenn Sie regelmäßig Stress oder nervliche Anspannung empfinden, treiben Sie Sport. Zeit lässt sich dafür immer finden. Und neben guter Laune bekommen Sie auch noch eine gute Figur. Ob Laufen, Leichtathletik oder Mannschaftssportarten, Sie alle heben die Stimmung, verbessern die körperliche Form und beugen allen möglichen Krankheiten vor. Besonders wichtig ist regelmäßige körperliche Betätigung dann, wenn Sie einer sitzenden Tätigkeit nachgehen. Selbst lockeres Joggen im Park fördert schon die Freisetzung von Endorphinen. Gehen Sie mit Freunden spazieren, statt ständig vor dem Computer oder dem Fernseher zu hocken. Sie wollen schließlich glücklich werden. Das Glück ist also gar nicht so kompliziert. Schonen Sie Ihre Gesundheit, treiben Sie Sport und ernten Sie davon das Glück. Verwirklichen Sie sich selbst und seien Sie glücklich. Gute Nacht, der Königsweg zum Wohlbefinden. Schlafen ist gesund. Im Schlaf erholen und entspannen wir uns nämlich. Im Schlaf verarbeiten wir die Informationen, die wir tagsüber gesammelt haben. Anhaltende Schlaflosigkeit stellt für den Körper einen schweren Stress dar, der nicht nur zur Entwicklung von Depressionen, sondern auch zu allen möglichen Neurosen und Psychosen führen kann. Wenn wir nicht genug Schlaf bekommen, fangen wir häufig an, uns unglücklich, müde und ausgelaugt zu fühlen. Aber was tun? Legen Sie sich einmal etwas aufs Ohr. Ihr Körper braucht schließlich vollwertige Entspannung. Wie kann man nun die Qualität des Schlafs verbessern? Vor allen Dingen sollten Sie in einem regelmäßig gelüfteten Raum schlafen. Die Luft im Schlafzimmer sollte eher kühl sein. Die Bettwäsche muss weich und frisch gewaschen sein. Legen Sie sich nicht in Ihre Alltagskleidung schlafen, sonst hindern Sie Ihren Körper nur daran, sich völlig zu entspannen. Essen Sie nicht zu viel vor dem Schlafengehen. Nehmen Sie am besten vor dem Schlafengehen ein warmes Bad mit entspannten ätherischen Ölen oder nehmen Sie eine warme Dusche. Ein gemütlicher Spaziergang eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen beruhigt Sie und lässt Sie so schneller einschlafen. Physiologen gehen davon aus, dass wir mindestens 8 Stunden pro Tag schlafen sollten. Das ist aber je nach Mensch verschieden. Manchen reichen auch 5 bis 6 Stunden und Sie sind völlig ausgeschlafen. Manchen reichen wiederum auch 12 Stunden nicht aus. Hören Sie einfach auf Ihren Körper. Wenn Sie sich Ihre Zeit frei einteilen können, können Sie es auch einmal damit versuchen, dass Sie sich an Ihre eigene innere Uhr halten. Wie funktioniert das genau? Im Laufe des Tages gibt es Momente, in denen sich Ihr Körper entspannen will. Sie fühlen sich dann schläfrig und kraftlos. Die Augenlider werden Ihnen schwer. Und wenn Sie eine Möglichkeit finden, in genau diesem Moment etwas zu schlummern, werden Sie sich sehr schnell erholen. Eine Viertel oder halbe Stunde reichen da völlig aus. Und nachts werden Sie dann auch deutlich weniger Schlaf brauchen. Sie sollten sich auch nicht gewaltsam umerziehen wollen, wenn Sie Frühaufsteher oder nun einmal eine Nachteule sind. Frühaufsteher halten zwar kaum bis Mitternacht durch, stehen dafür aber zum Morgengrauen schon auf. Nachtäulen wiederum können, wenn schon nicht bis Mittag, so doch bis zum Vormittag schlafen. Dafür fällt es Ihnen sehr schwer, vor Mitternacht überhaupt ins Bett zu gehen. Wenn Sie irgendeine Möglichkeit dazu haben, leben Sie nach Ihrer inneren Uhr. Schlaf ist, wie wir sehen, also sehr wichtig für unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und unsere Laune. Manchmal kann aber auch Schlafentzug dabei helfen, sich von hartnäckigen, negativen Gemütszuständen zu befreien. So wird Depression zuweilen mithilfe von Schlafentzug behandelt. Aber wie funktioniert so ein Schlafentzug? Ganz einfach dadurch, dass Sie einen anderen Rhythmus annehmen. Innerhalb von zwei Tagen schlafen Sie nur acht bis zehn Stunden. Sie schlafen also einen Tag, eine Nacht und noch einen Tag nicht, bevor Sie sich schlafen legen. Wenn Sie mit dieser Methode verfahren, werden Sie einen Bewusstseinswandel feststellen, zu einer ruhigere und positivere Haltung zum Leben. Sie sollten allerdings keinen Schlafentzug durchführen, wenn Sie unter psychischen Problemen leiden, Sie unter gesundheitlichen Problemen leiden, Ihnen eine schwierige Arbeit bevorsteht, die Ihre ganze Aufmerksamkeit und Konzentration erfordert. Nach einer schlaflosen Nacht ist es nicht gerade einfach, sich auf irgendetwas zu konzentrieren. Ein kleines bisschen Glück. Das Glück hängt oft gar nicht an so großen Dingen, wie es scheint. Manchmal ist es auch im Kleinen zu finden. Manchmal reicht es schon, sich eine unbedeutende Kleinigkeit zu gönnen und schon fühlen Sie sich glücklich. Denken Sie nur einmal daran, wie viel Freude es bereitet, sich nach einer harten Diät ein Stück Kuchen zu genehmigen. Oder wenn Sie endlich mal wieder ausschlafen können. Und so ein Spaziergang, nachdem man den ganzen Tag gegessen hat. Ein glückliches Leben besteht nicht nur aus Selbstverwirklichung, Erfolg und erfüllten Wünschen. Seine Grundlage sind im Grunde genommen kleine Dinge, die Freude bereiten. Sobald Sie gelernt haben, auch an den unbedeutendsten Kleinigkeiten Freude zu empfinden, werden Sie merken, wie sehr sich Ihr Leben zum Besseren wandeln wird. Aus diesen kleinen alltäglichen Ziegeln des Glücks werden Sie am Ende einen Palast der Freude errichten. Im Großen und Ganzen braucht der Mensch eigentlich nicht viel. Alles andere brauchen und begehren wir um der Gesellschaft, unserer sozialen Sicherheit und unseres Komforts willen. Natürlich kann so ein bisschen Status auch nicht schaden. Nur für das kleine persönliche Glück taugt er eben nicht. Das größte Geheimnis zur Erlangung des Glücks lebt nämlich in uns selbst. Wir handeln oftmals, als wären wir auf den Autopiloten geschaltet, ohne uns überhaupt zu überlegen, was wir tatsächlich wollen. Wir fahren in der Straßenbahn nach Hause, obwohl das Wetter schön ist und man es eigentlich genießen und ein bisschen spazieren könnte. Oder wir kaufen die gewohnten Lebensmittel ein, obwohl wir eigentlich gerne etwas exotisches Obst essen würden. Überlegen Sie sich doch einmal, was bereitet Ihnen persönlich Freude? Hören Sie auf sich und gönnen Sie sich auch mal kleine Freuden. Die Hauptsache ist in diesem Fall, dass Sie verstehen, worauf Sie derzeit wirklich Lust haben. Vielleicht auf ein Eis. So wie damals, als Sie klein waren. Oder vielleicht auf einen Spaziergang im Park. Es gibt so viele kleine Wünsche, die gar nicht so schwer zu erfüllen sind. Warum sollten Sie dann also nicht einfach anfangen, sich Ihr Haus des Glücks zu errichten? Sie können sich auch auf die Erfahrung anderer verlassen, und zwar die von Kindern. Kinder sind nämlich die meiste Zeit ihres Lebens glücklich. Sie verstehen es, noch Freude zu empfinden. Erinnern Sie sich also daran zurück, wie Sie noch klein waren. Im Folgenden nun einige Ratschläge dazu, wie Sie Ihr kleines Glück aufbauen können. Denken Sie an das, was Sie gerade im Moment tun. Sie leben hier und jetzt. Erlauben Sie sich also keine Eskapaden in die düstere Vergangenheit und die ungewisse Zukunft. Wenn Sie sich mit Freunden treffen, genießen Sie, wie Sie sich mit ihnen unterhalten und denken Sie nicht an die Probleme auf der Arbeit. Manchmal muss man, um das Leben zu genießen, manche Unannehmlichkeiten auch einfach vergessen können. Letztlich werden Sie Ihre Probleme jedoch nicht lösen, wenn Sie sie ständig hin- und herwälzen. Gönnen Sie sich also eine Auszeit und entspannen Sie sich. Werden Sie kreativ. Kreativität fördert die Vorstellungskraft, die Selbstverwirklichung und baut den Stress ab. Malen Sie, fangen Sie an zu stickern oder Holzkravuren zu erstellen. Oder träumen Sie einfach. Das kann auch sehr gesund sein. Ein Mensch, der es gelernt hat, sich seine Vorstellungskraft zu bedienen, kann auch erfolgreich sein inneres Potenzial verwirklichen. Indem Sie sich Fantasien hingeben, eröffnen Sie neue Möglichkeiten. Glauben Sie an sich. Glauben Sie an das Unmögliche. Nichts ist nämlich auf dieser Welt unmöglich. Lesen Sie die Biografien herausragender Persönlichkeiten und Sie werden das selbst merken. Ganz gewöhnliche Leute haben in diesem Leben unglaubliche Höhen erklommen. Warum sollten Sie das nicht auch können? Die Hauptsache ist dabei nur, dass Sie bedingungslos an sich und Ihre Möglichkeiten glauben. Denken Sie daran. Solange Sie noch leben, ist es für nichts zu spät. Mit dem Alter fangen wir oft an, nutzlos vertane Jahre zu bereuen und an das zu denken, was hinter uns liegt. Es ist aber nie zu spät, sein Leben zu ändern, egal in welchem Alter. Natürlich bedeutet das immer etwas Stress, aber wenn Sie nur genau wissen, was Sie wollen, wagen Sie es ruhig. Lassen Sie sich nicht das Leben durch Ihre Ängste und Vorurteile verbauen. Das Leben ist ein Spiegel, der uns selbst widerspiegelt. Und wenn Sie um sich herum nur finstere, üble Gesellen sehen, heißt das, dass Sie selbst etwas Unheimliches ausstrahlen müssen. Lernen Sie, Ihre Mitmenschen anzulächeln und zu vertrauen und Sie werden sehen, wie sich die Welt verändern wird. In Ihrer großen Mehrheit sind Menschen vertrauenswürdig, nur verstecken Sie das oft sorgfältig. Aber wozu eigentlich? Versuchen Sie also, sich der Welt zu öffnen. Träumen Sie und glauben Sie an Ihren Traum. So wird er auf jeden Fall in Erfüllung gehen. Kapitel 7 Das kleine Glück ist der Weg zum Großen Praktische Anleitungen, um das Glücklichsein zu lernen Wollen Sie glücklich sein? Wahrscheinlich schon. Wer wäre das denn nicht gern? Dann lassen Sie uns das doch lernen. Eigentlich ist es nämlich gar nicht zu schwer zu lernen, glücklich zu sein und sich wesentlich besser zu fühlen. Es reicht aus, sich an einige einfache Regeln zu halten. Das Glück ist nämlich, wie wir es bereits erörtert haben, nicht nur eine rein angeborene Gabe, sondern auch eine erworbene Fähigkeit. Wir können uns angewöhnen, glücklich zu sein. Natürlich sollten Sie nun auch nicht völlig unabhängig von der herrschenden Lage grenzend herumlaufen, denn das würde eher von etwas anderem zeugen. Wenn Sie aber die Mühe auf sich nehmen, Ihre Wahrnehmung der Realität etwas zu ändern, werden Sie schnell feststellen, um wie viel positiver, freudiger und besser Ihr Leben wird. Mehr noch, Sie werden auch Veränderungen an Ihrem Mitmenschen feststellen. Alles in dieser Welt hängt nämlich miteinander zusammen. Und glücklich sein ist gar nicht zu schwer zu lernen. Leben Sie heute. Wie oft enthalten wir uns doch etwas vor, wenn wir ein Treffen mit Freunden, einen kleinen Einkauf oder eine interessante Veranstaltung auf morgen verschieben. Und am nächsten Tag lauert die Routine wieder auf uns und wir müssen wieder etwas verschieben, was uns wichtig ist. Und das ist dann oft bis auf Weiteres der Fall. Die Menschen haben diesen Verschiebebahnhof nur allzu gern. Warum tun wir das nur? Meistens liegt es daran, dass wir nicht genug Zeit haben. Oder aber die Zeit reicht nicht für die übliche, langweilige Serie, irgendein Krimi oder sonstige, nicht sehr sinnreiche Tätigkeiten. Und dabei halten wir uns dann für so unheimlich beschäftigte und wichtige Leute. Aber fühlen wir uns auch glücklich? Sind Sie etwa glücklich, wenn Sie fernsehen oder wenn Sie zum x-ten Mal dasselbe Computerspiel spielen? Sind Sie da wirklich glücklich? Und nun überlegen Sie doch einmal, warum Sie keine Zeit haben, sich beispielsweise mit Ihren Freunden zu unterhalten. Nehmen Sie sich mindestens zwei Tage die Woche und schreiben Sie auf, was Sie im Laufe dieser zwei Tage gemacht haben. Wir können Ihnen versichern, dass Sie sich noch darüber wundern werden, wie viele freie Zeit da noch bleibt, die Sie gar nicht bemerkt haben. Und diese Zeit könnten Sie doch wirklich mit etwas Wertvollem und Wichtigem verbringen. Einen alten Freund treffen, mit dem Sie schon ewig nicht mehr geplaudert haben, zu Besuch bei den Eltern oder Kindern vorbeischauen, den Partner ins Restaurant oder ins Theater ausführen, ins Museum in eine Ausstellung gehen und schöne Eindrücke mitnehmen. Warum eigentlich nicht? Außerdem können Sie sich Sachen Lebensklugheit gerade bei den Kleinen noch etwas dazulernen. Schauen Sie sich Kinder doch einmal an. Sie lachen meist und freuen sich ihres Lebens. Und Sie? Und Ihre Mitmenschen? Ein finsterer, besorgter und fahler Ausdruck steht den meisten Menschen geradezu ins Gesicht geschrieben. Aber ein inneres Kind steckt in jedem und jeder von uns und es kann auch nicht anders sein. Und in einem Zustand der Kindlichkeit können auch Sie das Glück finden. Vor allem aber müssen Sie lernen, in der Gegenwart zu leben. Sehr oft behalten wir, die wir so erwachsen und seriös sind, Schlechtes noch sehr lange im Gedächtnis. Der Chef hat Sie ausgeschimpft und dann haben Sie natürlich den ganzen Abend lang schlechte Laune und womöglich noch das ganze Wochenende. Oder jemand ist Ihnen in der U-Bahn auf die Füße getreten. Dann kommen Sie auf die Arbeit und meckern bei der Sekretärin. Das war doch schließlich einfach nur unglaublich. Und so weiter und so fort. Wenn Sie aber etwas üben, werden Sie solche Ereignisse schneller vergessen können und Sie gar nicht im Gedächtnis behalten. Und das Leben wird Ihnen dann bedeutend leichter fallen. Letzten Endes ist das Leben ja auch eigentlich das Hier und Jetzt. Und wir sollten jeden Moment nutzen, um zu leben, das Leben zu genießen, uns zu freuen und zu ändern. Genießen Sie jeden Augenblick. Fragen Sie sich genau jetzt, was tun Sie? Gefällt Ihnen die Haltung, die Sie gerade im Raum einnehmen? Ist alles so, wie Sie sich wünschen? Fühlen Sie sich lebendig und glücklich? Wie Sie lernen zu handeln und Ziele zu erreichen? Hätte, hätte, Fahrradkette. So heißt es so schön. Und wie oft benutzen wir es nicht auch dieses Hätte? Hätte ich nur meine Kindheit in einer anderen Familie oder in einem anderen Land verlebt? Hätte ich nur an einer anderen Uni studiert? Und so weiter. Und dieser so derartig alltägliche Satz hält uns aber tatsächlich nur davon ab, zu leben und glücklich zu sein. Letztlich bereuen wir ungenutzte Möglichkeiten. Aber wozu das Ganze? Wenn Sie wirklich, nehmen wir mal an, Designer werden wollen, dann studieren Sie das eben. Das Leben steckt voller Möglichkeiten. Und Sie ergeben sich denen, die Sie suchen. Warum sollten Sie nicht Ihr Leben verändern? Was hält Sie davon ab? Etwa, dass die anderen das nicht gutheißen würden? Aber die sind doch wohl nicht Sie. Es geht schließlich um Ihr Leben und das dürfen Sie mit Fug und Recht ändern. Denken Sie daran zurück, an die vielen Maler, als Sie die Möglichkeiten ausgeschlagen haben, die Ihnen das Leben geboten hat. Der Grund dafür heißt vor allem Angst vor der Zukunft. Letztlich sitzen die meisten Menschen in ihrem kleinen und gemütlichen Sumpf herum und blicken nicht vorwärts. Sie haben ein Haus, eine Arbeit, eine Familie, aber das Glück bleibt aus. Andererseits leben ja alle so. Wenn man natürlich nur Millionär wäre. Aber als Millionär, aber auch Künstler, Regisseur oder Herzchirurg wird man nicht geboren, sondern man wird erst dazu. Es ist besser etwas zu bereuen, was man getan hat, als etwas, was man nicht getan hat. In diesem Satz steckt eine tiefe Weisheit. Handeln ist meist besser als nichts tun, selbst wenn Letzteres aus noch so edlen Motiven erfolgt. Lernen Sie, Ihren Weg zu finden und Chancen zu ergreifen, die sich Ihnen bieten. Was Sie dafür tun müssen? Natürlich auf sich selbst hören. Werden Sie sich über Ihre Wünsche und Erwartungen im Klaren, begreifen Sie, was Sie ganz persönlich vom Leben wollen. Und dabei sollten Sie übrigens einen großen Fehler niemals machen. Verwenden Sie niemals den Konjunktiv. Warum? Es heißt auf das Universum, erhöre unsere Wünsche und helfe uns dabei, sie zu verwirklichen. Was Sie aussprechen, gehe in Höheres fernüber und Ihnen würden die nötigen Umstände zur Verwirklichung Ihrer Pläne in die Hand gegeben. Was aber im Konjunktiv formuliert werde, verpuffe ins Leere. Was sollten Sie sich also merken? Formulieren Sie Ihre Wünsche in einem Indikativ. Ich will mein Leben zum Besseren ändern. Ich will mehr Geld verdienen. Ich will es in der Karriere zu etwas bringen. Das ist doch ganz einfach. Es reicht aus, wenn Sie ein paar Tage an Ihren Formulierungen fallen und alle Sätze mit Wenn und im Konjunktiv durch einen klaren und deutlichen Wunsch ersetzen. Und Sie werden schnell merken, wie viel besser und glücklicher Ihr Leben dann wird. Wir sind nämlich dann glücklich, wenn wir unser Potenzial verwirklicht haben, wenn wir so leben, wie wir es selbst wollen. Am Anfang war das Wort. In Worten steckt vor allem, wenn sie ausgesprochen werden, eine unheimliche Macht. Mithilfe von Worten können Sie sich dem Zustand des Glücks ernähren. Worte, die wiederholt geäußert werden, setzen sich in unserem Unterbewusstsein fest. Mithilfe von Affirmationen können Sie sich sehr leicht umprogrammieren und auf das Positive und das Glück einstimmen. Was sind nun Affirmationen? Das sind Aussagen, die Ihnen dabei helfen, Ihren Lebensstil zu ändern und die gewünschte Zukunft herbeizuführen. In dieser Hinsicht lassen sich Affirmationen sehr erfolgreich verwenden, um die Wirklichkeit umzugestalten. Vor allem aber müssen Sie an sich arbeiten. Letztlich sind Affirmationen all unsere Gedanken und Emotionen, die wir tagtäglich verwenden. Gehen Sie in sich. Wie reagieren Sie auf Ihre Umwelt? Nicht selten gehen wir auf Sie nicht mit positiven, sondern auch mit negativen Reaktionen ein. Davon müssen Sie aber loskommen, und zwar so schnell wie möglich. Wenn Sie Ihr Leben zum Besseren verändern wollen, müssen Sie Affirmationen positiver Natur verwenden. Wenn Sie zum Beispiel andauernd Worte wie »Ach, wie schrecklich« äußern, müssen Sie sich stattdessen beispielsweise angewöhnen, stattdessen »Ach, wie schön« zu sagen. Der Satz kann dabei durchaus ironisch verwendet werden, behält dabei aber immer noch seinen ursprünglichen Sinn. Im Unterbewusstsein festigt sich so Ihre positive Lebenshaltung. Und schon nach einiger Zeit werden Sie merken, dass Ihre Weltsicht besser und Ihnen das Leben leichter fallen wird. Denken Sie daran, negative Gedanken ziehen nicht allzu freudige Ereignisse nach sich und umgekehrt wiederum ziehen freudige Gedanken das Glück an. Affirmationen können Sie sich selbstständig zusammenstellen, je nachdem, was in Ihrem Leben fehlt. Beachten Sie dabei nur einige Bedingungen. Die Affirmationen müssen kurz und prägnant sein. Sie müssen sie mindestens ein paar Mal am Tag und die ganze Woche lang wiederholen. Die Wörter »Nicht« oder »Kein« sind verboten. Das Geheimnis dahinter liegt in unserem Unterbewusstsein. Es nimmt keine Verneinungen an. Wenn Sie sich sagen, ich will nicht krank werden, so kommt in Ihrem Unterbewusstsein »Ich will krank werden« an. Was glauben Sie wohl, was dann passiert? Eben, dann bekommen Sie nämlich gesundheitliche Probleme. Es ist also bedeutend besser, wenn Sie sagen, ich bin gesund. Unsere Wünsche sind keine vorhandenen Tatsachen. Gerade deshalb sollten Sie, wenn Sie sich Affirmationen zusammenstellen, die Wörter »Wollen« oder »Absicht« usw. vermeiden. Sprechen Sie von Ihren Wünschen so, als seien Sie bereits eingetreten oder aber zumindest so, als seien Sie ihrer würdig. Vergleichen Sie einmal selbst die folgenden Sätze. Die zweite und dritte Variante sind auf jeden Fall wesentlich wirksamer. Und nun einige Beispiele für Affirmationen, die unserer Meinung nach für jeden Menschen geeignet sind. Ich ziehe das Glück an. Ich ziehe Erfolg an. Ich ziehe Reichtum an. Ich entscheide mich für ein Leben voller Glück. Harmonie und Glück erfüllen meine Seele. Ich bin fürs Glück, den Reichtum, den Erfolg, die Liebe, die Freude usw. geboren. Das Leben erfüllt mich mit Freude. Ich schaffe, was ich angehe. Lesen Sie sich diese Affirmationen jeden Tag morgens und abends 10 Minuten lang durch. Und schon bald werden Sie sehen, wie sich Ihr Leben verändern und wie viel fröhlicher es wird. Das Glück ist nämlich, wie gesagt, etwas ganz Einfaches. Man muss nur daran glauben und es kommt ganz von allein. Warum empfinden wir dann so selten volles und ungetrübtes Glück? Der Grund dafür liegt vor allem in unserem eigenen Gedächtnis. Wünsche gehen oft dann in Erfüllung, wenn wir sie schon vergessen haben. Und die Tatsache, dass ein Traum in Erfüllung gegangen ist, übergehen wir einfach, weil er für uns schon seinen Wert verloren hat. Oder aber wir glauben, die Erfüllung dieses Wunsches sei völlig selbstverständlich, weil wir schließlich hart daran gearbeitet haben. Und es gibt noch einen weiteren Grund. Das, was wir wollen, ist eigentlich gar nicht so gut für uns. Ja, sowas gibt es durchaus. Es heißt schließlich nicht umsonst, sei vorsichtig mit deinen Wünschen, denn sie könnten in Erfüllung gehen. Man könnte meinen, das sei doch sehr gut. Schließlich ist dein Traum in Erfüllung gegangen, da sollte man sich drüber freuen. Nun haben wir uns aber beim Träumen unserer eigenen Vorstellungen vom Ausgang der Ereignisse gemacht. Und der Wunsch wurde letztlich auf völlig andere Weise verwirklicht. Weil wir uns aber auf den Weg konzentriert haben, haben wir das Ziel aus den Augen verloren. Der Weg hat uns enttäuscht und die Erfüllung unserer Wünsche ist quasi in den Hintergrund getreten. Was muss man also beachten, damit unsere Wünsche in Erfüllung gehen und uns glücklich machen? Richtig wünschen. Auf Wünsche verzichten, deren Erfüllung nicht gut für uns ist. In sich gehen. Ist dir Wunsch möglicherweise mit Entbehrungen verbunden, dann kann die Angst davor seine Erfüllung leicht verhindern. Sich einige Psychotechniken aneignen. Also wollen Sie lernen, wie Sie Ihr Leben zu Wünsch dir was machen. Dann hören Sie weiter. Wie Sie Ihre Wünsche erfassen und strukturieren können. Wir wollen immer alles und zwar sofort. Und trotzdem unternehmen wir keinerlei praktische Schritte zur Erfüllung unserer Träume. Mehr noch, wir sind uns nicht einmal klar darüber, was wir eigentlich wollen. Aber wie soll man denn etwas bekommen, das man sich nicht einmal bewusst ist? Es kommt natürlich durchaus auch vor, dass uns das Leben ein Geschenk macht und etwas unverhofft eintritt, das uns erlaubt, uns glücklich zu schätzen. Aber wie viele Wünsche hegen wir in uns, die unerfüllt bleiben? Und bevor die Wünsche in Erfüllung gehen, muss man sich erst einmal über sie im Klaren werden. Legen Sie sich dafür ein Notizbuch zu, wenn Sie das nicht schon getan haben. Konzentrieren Sie sich und schreiben Sie auf, was Sie wollen. Schreiben Sie alles auf, was Ihnen in den Sinn kommt und halten Sie sich nicht an der Frage der Formulierung oder der Realisierbarkeit auf. In der gegenwärtigen Etappe ist das noch völlig unwichtig. Wollen Sie eine Banane? Ins Weltall fliegen? Ein Häuschen auf den Bahamas? Oder vielleicht Bundeskanzler werden? Schreiben Sie es einfach auf. Im nächsten Schritt wollen wir uns mit der Liste auseinandersetzen. Nun müssen wir sie strukturieren. Und zwar so. Nehmen Sie sich erst einmal die spontanen, sofort erfüllbaren Wünsche vor. Möglicherweise können Sie die ja sogar auf dem Weg zur Arbeit erfüllen. Beispielsweise indem Sie etwas Schokolade essen oder einen Kaffee trinken. Die nächste Liste umfasst dann die größeren Wünsche und Ziele. Mehr Geld verdienen, eine größere Wohnung, ein Eigenheim oder dergleichen. Versuchen Sie, die Wünsche nach Ihrer Größe zu ordnen. Die einen können Sie möglicherweise in näherer Zukunft erfüllen, wenn Sie für die anderen derzeit noch nicht die nötigen Mittel haben. Setzen Sie sich hin und denken Sie nach. Möchten Sie das auch wirklich, was Sie da aufgeschrieben haben? Worte, die einmal aufgeschrieben sind, fangen nämlich an, eine Wirkung zu entfalten. Sie haben gewissermaßen einen Brief an Ihr eigenes Unterbewusstsein verfasst und nun beginnt es, Ihr Leben auf die Erfüllung Ihrer Wünsche hinauszurichten. Legen Sie jedes Führen wieder ab. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Leben verändern wird, wenn sich der eine oder andere Wunsch erfüllen wird. Gehen Sie in sich. Bereitet Ihnen manches davon Unbehagen? Vielleicht mögen Sie es ja gar nicht, wenn es zu heiß ist und ein Häuschen auf den Bahamas wäre vielleicht also gar nicht so das Richtige für Sie. Wäre dann nicht vielleicht ein Häuschen im nebligen England die bessere Wahl? Schreiben Sie schließlich die Endvariante Ihrer Wünsche auf und formulieren Sie sie im Präsens. Sie können natürlich noch weitere hinzufügen. Und die Träume, die bereits erfüllt sind, können Sie auch wegstreichen. Setzen Sie sich auf jeden Fall mit der Liste auseinander. Und wenn Sie sich entscheiden, Ihre Wünsche in die Tat umzusetzen, erstellen Sie sich Wege dahin. Nehmen wir an, Sie möchten Ihre Bleibe gegen etwas Geräumigeres tauschen. Was brauchen Sie dafür? Ein höheres Gehalt? Dann suchen Sie sich einen Nebenverdienst oder eine besser bezahlte Arbeit. Oder wollen Sie vielleicht eine Hypothek aufnehmen? Warum auch nicht? Denken Sie daran, dass Sie die Wünsche ausschließlich positiv formulieren dürfen. Ich will eine neue Wohnung und nicht, ich will nicht mehr in dieser Bruchbude hausen. Ich will mehr Geld verdienen und nicht, mein Geld reicht nicht zum Leben. Unsere Wünsche gehen tatsächlich in Erfüllung. Sie müssen sie nur zumindest sich selbst genau erklären können. Es hat aber auch keinen Wert, etwas zu wünschen, was Ihren Mitmenschen Schaden zufügt. Das Leben ist eine Sache der Gerechtigkeit. Und es wird Ihnen kaum gestatten, die Welt brennend zu sehen oder es einmal allen richtig zu zeigen. Die Wünsche der anderen Manchmal, man muss sagen, sogar sehr häufig, wissen wir selbst gar nicht, was wir wollen. Aber wir wollen es umso stärker. Aber dieses ungewisse Etwas will einfach nicht eintreten. Wo liegt nur der Haken? Vielleicht darin, dass der Wunsch nicht richtig formuliert wurde. Oder aber darin, dass wir bestimmte Veränderungen einfach gar nicht wollen. Die Erfüllung dieses Wunsches bringt uns eigentlich gar nichts. Wir streben einen solchen Ausgang der Ereignisse überhaupt nicht an. Und manchmal versuchen wir auch gar nicht, unsere eigenen Wünsche zu verwirklichen, sondern die unserer Mitmenschen. Sie werden zum Beispiel kaum glücklich werden, wenn Sie nur um den Willen Ihrer Eltern gerecht zu werden, Jura statt Medizin studieren. Sie sollten schließlich ursprünglich Chirurg werden. Und stattdessen müssen Sie nun irgendwelchen Papierkram für eine kleine Firma ausfüllen. Aber dafür sind ja wenigstens die Eltern zufrieden. Wenn Sie sich mit Ihren Wünschen auseinandersetzen, sollten Sie auf eines achten. Was wollen wirklich Sie persönlich erreichen? Und wo werden Sie nur von Statusdenken, finanziellen Möglichkeiten oder gesellschaftlichen Erwartungen getrieben? Denken Sie einmal nach. Kann es nicht sein, dass Sie das, was Ihre Wünsche quasi an Komplettpaketen mit sich bringen, überhaupt nicht gebrauchen können? Nehmen wir einmal an, Sie träumen davon, in leitender Stellung tätig zu sein. Unterbewusst ist Ihnen aber klar, dass Sie da zwar wesentlich mehr verdienen, aber auch wesentlich mehr Verantwortung übernehmen müssen. Sie werden Untergebene anleiten, Tag und Nacht arbeiten und viel Stress haben. Und persönlich sind Sie eigentlich noch gar nicht bereit für derartig viel Verantwortung dafür, Entscheidungen zu treffen und mit so vielen Menschen umzugehen. Außerdem wollen Sie nach Feierabend lieber fernsehen, anstatt Unmengen Papierkram zu wälzen. Überhaupt haben Sie auch immer noch vorgesetzt über sich und so viel Freiraum haben Sie also ohnehin nicht. Deshalb wird man Ihnen auch keine leitende Stellung antragen. Ganz einfach deshalb, weil Sie damit gar nichts anfangen können. Wir verraten Ihnen ein Geheimnis. Im Leben bekommen wir genau das, was wir brauchen. Wir streben nach etwas und dann bekommen wir es auch. Wenn wir aber nur sagen, dass wir etwas Bestimmtes wollen, innerlich dazu aber noch gar nicht bereit sind, wird es auch nicht in Erfüllung gehen. Wollen Sie mehr Geld verdienen? Warum leben Sie dann also immer von der Hand in den Mund? Ganz einfach deshalb, weil viel ein relativer Begriff ist. Sie haben überhaupt kein Ziel. Was wollen Sie überhaupt mit dem Geld anfangen? Setzen Sie sich ein Ziel, sei es eine neue Bleibe, eine Reise oder aber ein neuer, interessanter Beruf. Dann wird es finanziell in Ihrem Leben schnell bergauf gehen. Oder aber eben nicht, wenn Sie dafür noch nicht bereit sind. Ihr Bauchgefühl kann Ihnen dabei helfen, herauszufinden, ob Ihr Wunsch eigentlich ein fremder Wunsch ist. Nehmen Sie sich einen Wunsch vor und stellen Sie sich vor, er hätte sich erfüllt. In allen Details. Wie wird sich Ihr Leben dann verändern? Was werden Sie davon haben? Und was müssen Sie dafür tun? Gefällt Ihnen diese Vision? Nicht so sehr. Aber warum? Beantworten Sie alle diese Fragen und Sie werden begreifen, ob Ihr Wunsch aufrichtig oder nur aufgesetzt ist. Manchmal hält uns aber auch die Angst sehr zurück. Angst ist ein Defensivmechanismus unserer Psyche. Wir haben vor allem vor dem Unbekannten große Angst. Wir haben Angst davor, unser Leben zu ändern, denn wie geht es dann wohl weiter? Wenn es aber wirklich nur daran hängt und Ihr Wunsch ausschließlich aus Angst nicht in Erfüllung geht, können Sie das folgende tun. Sprechen Sie mit Ihrer Angst. Schließen Sie die Augen und sagen Sie, Angst, ich sehe Dich. Ich werde mit dieser Situation auch ohne Dich fertig. Danke, Angst. Es ist lieb, dass Du mich verteidigst. Aber Du kannst jetzt wirklich gehen. Wenn Sie eine lebhafte Vorstellungskraft haben, werden Sie die Angst wirklich sehen können. Weißen Sie ihr die imaginäre Tür und lassen Sie sie fortgehen. Wie sind wir doch widersprüchlich. In unserem Unterbewussten schwirren alle möglichen Stereotype herum. Und in Ihrer Kindheit hat man Ihnen zum Beispiel erzählt, dass Geld hart erarbeitet werden müsse, können Sie bis zum St. Nimmerleins Tag von der ersten Million träumen. Die werden Sie so schnell nicht bekommen, selbst wenn Sie noch so lange und fleißig auf der Couch liegen und alle möglichen Psychotechniken durcharbeiten. Die Sache liegt nämlich daran begründet, dass in Ihnen eine Blockade vorhanden ist. Sie glauben selbst gar nicht an das, was Sie tun. Bevor Sie sich also von der Fee etwas wünschen, sollten Sie sich überlegen, ob nicht vielleicht zwei Seelen in Ihrer Brust wohnen. Wenn das so ist, müssen Sie sich damit auseinandersetzen. Gehen Sie der Reihe nach vor. Warum sind Sie so zerrissen? Was hindert Sie daran, den Wunsch zu erfüllen? Nehmen wir an, Sie möchten eine Familie gründen, aber es will Ihnen einfach nicht gelingen. Wenn Sie aber ganz tief in sich hineingehen, werden Sie sich vielleicht zum Beispiel an die Familie von nebenan erinnern, die sich jeden Tag lauthals streiten, sodass das ganze Haus über das Familienleben bestens im Bilde ist. Das hat sich ganz tief in Ihr Unterbewusstsein eingeprägt und nun hindert es Sie daran, Kontakt zum anderen Geschlecht aufzunehmen. Das heißt also, obwohl Sie eine Familie anstreben, haben Sie immer den Haken eines solchen Daseins vor Augen. Widersprüchliche Wünsche entspringen grundsätzlich meist Ängsten. Wir haben Angst, dass ein Wunsch, sobald er sich erfüllt, uns keine Freude bereiten wird. Oder aber wir haben Angst davor, dass sich der Wunsch erfüllt und deshalb wollen wir eigentlich gar nicht so wirklich, dass er sich erfüllt. Einen Misserfolg können Sie dann auch sehr leicht rechtfertigen. Eigentlich wollte ich das gar nicht so wirklich. Mit diesen Widersprüchen können und müssen Sie sich aber auseinandersetzen. Vor allem aber müssen Sie sich über Ihre Wünsche im Klaren werden. Gehen Sie Ihre Liste durch und streichen Sie alle Punkte heraus, ohne die Sie auch auskommen können. Wie bestimmen Sie das? Fragen Sie sich einfach selbst. Was werde ich fühlen, wenn dieser Wunsch nicht in Erfüllung geht? Wenn in Ihnen gar keine Emotionen aufkommen, können Sie den Wunsch streichen, denn es ist nicht Ihrer. Wie kann aber sowas überhaupt sein? Ganz einfach, weil Sie den Weg des geringsten Widerstands gegangen sind. Das wollen doch alle. Warum sollte ich das also nicht wollen? Gesellschaftliche Erwartungen sind aber bei der Suche nach dem Glück nicht die besten Ratgeber. Dann der nächste Schritt. Suchen Sie einander widersprechende Wünsche. Wollen Sie frei und unabhängig sein, aber eine Familie gründen? Wollen Sie mehr Geld verdienen, aber nicht zu viel Zeit mit der Arbeit verbringen? Überlegen Sie sich, welche der beiden Alternativen Ihnen eher zusagt. Sie werden eine Entscheidung treffen, sich ein Ziel setzen und sich dahin bewegen müssen. Sobald Sie sich über Ihre Wahl im Klaren geworden sind, wird Ihnen das Bedeutung leichter fallen. Nun können Sie die Realisierbarkeit sowie den notwendigen Zeitrahmen erörtern können. Es gibt zum Beispiel Wünsche, die Sie hier und jetzt verwirklichen können. Zum Beispiel sich mit Freunden unterhalten, ein Orange essen oder in die Disco gehen. Manche Wünsche können Sie sich aber erst später erfüllen, zum Beispiel eine neue Strickjacke kaufen oder in Urlaub fahren. Schließlich gibt es auch Wünsche, die in Erfüllung derzeit nicht allzu sehr in unserer Macht liegt. Zum Beispiel der Weltfrieden, die Heilung aller Menschen von Krebs oder die Präsidentschaft in irgendeinem Land. Überprüfen Sie abschließend alles noch einmal. Es sind keine widersprüchlichen Wünsche geblieben. Werden alle Wünsche auf jeden Fall erfüllt werden müssen. Techniken zur Wunscherfüllung für jedermann und jede Frau Wünsche lassen sich erfüllen. Dafür gibt es eine Reihe von Psychotechniken, die Ihnen dabei helfen können. Und wenn Sie zu Ihrem Glück einen Wunsch erfüllen müssen, dann wagen Sie es. Die einfachste Psychotechnik besteht in der Arbeit mit einer Wunschliste. Fangen Sie ganz klein an. Wählen Sie einen Wunsch, dessen Erfüllung realistisch ist. Nehmen wir an, Sie möchten abnehmen. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch und stellen Sie sicher, dass in Ihnen keine einander widersprechenden Bestrebungen, Ängste und Ziele bestehen. Wenn Sie zum Beispiel Kuchen essen wollen, verträgt sich das nicht mit Ihrem Wunsch abzunehmen. Sie müssen die Priorität der Wünsche gut abwägen. Setzen Sie sich ein entsprechendes Ziel und finden Sie Wege, es zu erreichen. Hier beispielsweise heißt das, sich in einem Sportstudio anmelden, eine Diät anfangen, auf kolorienreiche Nahrungsmittel zu verzichten oder morgens joggen zu gehen. Eine sehr gute Technik zur Erfüllung von Wünschen ist die Visualisierung. Nehmen Sie sich ein Blatt Papier zur Hand und zeichnen Sie so gut Sie können, was Sie wollen. Oder aber Sie erstellen eine Collage aus Zeitungsausschnitten und Fotos. Träumen Sie von einem neuen Auto, kleben Sie es auf ein Blatt Papier und hängen Sie es so auf, dass Sie es gut sehen können. Und so verfahren Sie auch mit allem anderen. Sie werden sich wundern, wie gut das funktioniert. Und vergessen Sie natürlich auch nicht die Techniken, die wir schon behandelt haben. Denken Sie daran. Je deutlicher Ihr Wunsch in den Gedanken, die Sie an das Universum richten, formuliert ist, umso größer sind die Chancen, dass er in Erfüllung geht. Seien Sie glücklich! Vielen Dank fürs Zuhören! Das ganze Hörbuch finden Sie unter dem Link in der Videobeschreibung. Um an der Verlosung teilzunehmen, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, dieses Video zu liken und einen Kommentar zu hinterlassen. Zuhören! Vielen Dank.